Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wir machen zum Anfang ein kleines Spielchen. Wer auch immer möchte, Theresia vielleicht zuerst, sag zehnmal hintereinander Fastcast. Fastcast, 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 Fastcast. Ich habe keine Ahnung, ob sie das zehnmal waren. Ich glaube, sie darf mitmachen, oder? Was meint ihr? Ich glaube, sie kann mitmachen. Du jetzt, du nochmal bitte? Fastcast, 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 Fastcast. Klingt wie Podcast. Das ist richtig, es war neunmal, aber ist egal, du darfst trotzdem mitmachen. Herzlich willkommen zum Fastcast und ich habe mich so in diese Formulierung verliebt, als ich sie aufschrieb, dass ich sie einfach heute so oft sagen werde, wie es nur geht. Wir sind, ich habe vorhin uns gar nicht immer in den Podcast vorgestellt, aber das machen wir heute. Aber Theresia kennt ihr sowieso, Stukio kennt ihr sowieso und ich bin der Timo. Und wir reden heute über ein Franchise mit vielleicht ein, zwei Filmchen, nämlich über das Fast and Furious Franchise, wie ihr schon an dem Titel und den Folgennotizen ja schon längst sehen konntet. Und ich habe dafür extra, Entschuldigung, dafür extra beim Getränkmarkt meines Vertrauens mir eine Dose Corona geholt, die ich jetzt öffnen werde. So. Du hast dich Corona geholt. Hast du die Podcasts verwechselt? Hattest du die anderen nicht gestern? Ne, ich habe gestern, habe ich Rosé getrunken, aber das gehört ja nicht hin. Das ist eine andere Geschichte zu einem anderen Podcast. Eigentlich habe ich sogar so einen komischen Rosé Prosecco getrunken, eine ganze Pulle bei einem anderen Podcast beim Movie Break. Und das war ziemlich spritzig. Das war nicht die Movie Virgins, weil das war ja Alkohol drin. Also nicht Virgin Pina Colada, sondern richtig Pina Colada quasi. Also ich mache mal kurze Werbung. Ich habe ja beim Movie Break unter anderem den Podcast Drei Männer und einen Film, wo wir immer über einen Film reden und da mit Bier trinken oder Alkoholiker. Und wir hatten da über District 9 geredet, aber es wird auch dauern, bis der rauskommt, der Podcast. Aber wenn ihr ihn irgendwann findet, dann wisst ihr, da trinkt der Onkelstuch Rosé wie ein echter Mann. Ja, cool. Ihr wisst auch, warum ich da noch nie zu Gast war. Ich bin seit ungefähr viereinhalb Minuten trocken. Du bist aber seit ungefähr vier Minuten unhaustehlich. Das ist auch richtig. Wo wir beim Thema wären, nämlich bei Vin Diesel. Nein, wir wollen nicht spoilern, wir wollen aber eine Sache vorerklären. Also zwei eigentlich. Wir spoilern natürlich das gesamte Franchise. Also wer jetzt irgendwie sich ein Fastcast anhört und denkt, ja, aber die können doch jetzt nicht das Ende von Teil 5 verraten oder was da in Teil 6 alles Spannendes noch passiert. Wie die fahren Autos. Ja doch, ist ja klar. Doch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, selbst schuld, dann schaut euch erste Filme an und hört dann den Podcast weiter. Wieso fährt Vin Diesel denn bleifrei? Das kann doch gar nicht sein. Der hat eine Glatze. Ich hab gehört, in Teil 10 hat er ein E-Auto. Musste er machen, um von Elon Musk den blauen Haken zu bekommen, ja. Und dann machen wir was zweites nicht. Wir kauen jetzt jeden Film nicht detailliert durch, sondern wir gehen halt rasch durch. Sonst würden wir ja Ewigkeiten brauchen. So lange wie Justin Lin im Schnitt wahrscheinlich. Ich denke einfach mal, das hat sehr lang gedauert, weil der Film, naja, da kommen wir vielleicht später zu. Ja, wir gehen so ein bisschen durch. Wir gehen natürlich so Erstkontakt etc. pp. Ansonsten, was wir so mögen am Fast & Furious-Franchise, denn wir freuen uns doch alle drei so ein bisschen auf das anstehende, auf den anstehenden zehnten Teil der Main-Reihe. Da nehmen wir mal das Fast & Furious Presents Hobbs und Show ein bisschen raus. Wie ist das denn bei dir, Theresa? Ich nehme mal an, du hast mit dem ersten gestartet. Im Kino oder zu Hause? Ich glaub noch zu Hause. Also ich glaub, ich hab erst den fünften Teil im Kino wirklich angeschaut und auch erst sehr spät quasi überhaupt dann mit der Reihe angefangen, aber halt zu Hause ganz normal im Fernsehen. Da kommen dann irgendwann nochmal die eins, zwei, die erstmaligen Filme halt so und hab die dann irgendwie lieben gelernt. Ja, ich hab den ersten Teil tatsächlich im Kino geguckt. Den zweiten auch. Ich überlege gerade, welche ich im Kino geguckt habe, aber auf jeden Fall die ersten beiden und ich hab's aber so ein bisschen verdrängt, darauf, wenn wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, weil wenn man sich halt anguckt, wie sich die Reihe entwickelt hat, könnte man nicht darauf schließen, wie sie mal, also wie ihr Startpunkt aussah. Ja, sehr lustig. Ich glaub, ich hab wirklich ab Teil 5 dann jeden Teil im Kino gesehen und wie gesagt, irgendwann haben wir wieder so gesagt, okay, jetzt guck ich mir alle fünf, sechs, sieben Teile an, wie ja gerade alle da sind und hab mir dann echt gedacht, oh Gott, wie komisch schaut denn Teil 1 und Teil 2 bitteschön aus. Ja, das stimmt. Ja, ist schon ein krasser Sprung. Ich rahme das ein. Ich habe nur Teil 1 und 9 im Kino gesehen, den Rest immer zu Hause. Das ist einfach so passiert. Das Kino und ich, wir mochten uns in diesen Phasen vielleicht auch nicht. Oder ich hab immer gedacht, nee, also dafür gebe ich jetzt nicht 14,80 Euro aus, sondern lieber 1990 für die Blu-Ray. Wer weiß. Man weiß es nicht. Bei mir war es so ein Ritual, weil ich gehe in die Filme immer mit meiner Arbeitskollegin und auch Freundin und das war bei uns halt immer so, wir sind auch beide bei uns in der Firma Ersthelfer und wir haben immer unser Ersthelfer-Training so gelegt. Lassen Sie mich durch, ich habe Fast and Furious gesehen. Nee, also wir mussten ja alle zwei Jahre zu dieser Auffassungsprüfung gehen und alle zwei Jahre kam auch halt ein Fast and Furious-Film und der fiel halt immer so wochenweise, zusammen, Kinostart und wenn wir halt dann dran waren mit dieser, mit dieser Auffrischung und wir haben dann immer quasi vormittags den Ersthelfer-Kurs gemacht und sind dann abends in Fast and Furious gegangen. Corona hat diesen Rhythmus etwas zerstört, aber das war so unser Ding. Scheiß Corona. Also nicht das Bier, sondern natürlich diese vermaledeite Virusinfektion. Das ist natürlich immer sehr, sehr blöd gewesen. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich den ersten dann auch als einen der ersten Filme auf dem DVD-Player meines Bruders nochmal gesehen habe. Das war schon ein, auch nochmal zu Hause, irgendwie ein sehr, sehr nostalgisches Erlebnis schon damals, weil ich so dachte, den habe ich auch schon im Kino gesehen und man sieht der scharf auf DVD aus, Wahnsinn, das ist ja viel toller als VHS. Also, da merkt ihr wieder, wie alt ich bin, entschuldigt. Was mögt ihr denn so am Franchise eigentlich so gerne? Ich würde jetzt mal sagen, also generell, weil ich glaube, man müsste bei diesem Franchise einen kleinen Cut machen nach Teil 3 und vielleicht nochmal nach Teil 5. Aber so generell, was fasziniert dich oder was schätzt du an Fast and Furious? Und es ist irgendwie dieser, in dieser Begriff wird wahrscheinlich jetzt noch häufiger fallen, dieses Jumping the Shark. Ich finde, keine Reihe hat es so gut geschafft, dieses Jumping the Shark zum Trademark zur eigenen Kunstform zu erheben. Das ist immer so dieses, wie schaffen wir es, den Vorgänger zu übertrumpfen und einfach auf alles zu pfeifen, was Logik, was Physik, was Schwerkraft angeht. Ähm, und ich finde auch, dass sich die Reihe mit den Jahren auch so ein gewisses Augenzwinkern zugelegt hat. Wobei, Vin Diesel, glaube ich, der Einzige ist, der das bis heute nicht gerafft hat. Ähm, und es ist einfach eskapistischer Action-Nonsens, aber dann wirklich auf Level 11 sogar teilweise. Und, ähm, ich sag vorweg, nicht alle Teile bekommen mich und es gibt auch viele Sachen, die mich stören. Aber, äh, ich freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Teil rauskommt, weil dann weiß ich, ich gehe ins Kino, ich gucke mir den an, mein Gehirn wird sich danach wie Moose anfühlen und dieser Film wird wahrscheinlich Minimum 20 IQ-Punkte meines, äh, Gesamt-IQs abziehen. Aber ich hatte dann wirklich für zwei, drei Stunden da meinen Spaß. Therese, wie sieht's bei dir aus? Ähnlich, also ich mag auch, also ich mag zum Teil auch den Humor. Ich finde, die Action war super. Ich hab mir echt immer gedacht, was kann jetzt hier nach Panzer, U-Boot und Weltall noch kommen? Mein super Zeitreisen, aber mal schauen. Ähm, aber das stimmt, es war immer so, okay, wie wollen sie das nächste Mal noch toppen? Und du weißt, und ich, ich weiß ja, die haben den Anspruch. Und mir geht's genauso, ich gehe heute in den Kinofilm rein, ich weiß, ich werde die nächsten zwei Stunden unterhalten. Ich werde das zwar irgendwie ab und zu mal in den Kopf stellen und denken, okay, das ist nicht euer Ernst, aber bei der Reihe kann ich das irgendwie akzeptieren. Und ich brauche da auch niemanden neben mir sitzen, der sagt, nee, das ist jetzt nicht realistisch, das ist physikalisch nicht möglich. Weil das ist mir selber auch klar, aber es macht halt einfach so Spaß, denen da irgendwie dabei zuzuschauen, wie die halt so die Realität so bauen, wie sie es haben wollen. Und mir macht die Leute einfach sehr viel Spaß und ich mag halt auch den Humor. Und lustigerweise hat noch niemand die Faszination Automobil genannt und ich bin's leider auch nicht. Also mich, ich find Autos halt irgendwie, ja, wenn sie vier Räder haben, ist gut, aber ich bin keiner, der jetzt irgendwie so auf getunte, weder auf Musclecars oder auf irgendwelche Honda Civics mit Unterbodenbeleuchtung steht. Und dennoch geht's mir fast so wie euch. Ich finde, es ist eine unheimlich unterhaltsame Reihe, die sicherlich so ihre kleinen Schwächen hat und die auch jetzt vielleicht mit Teil 9 auch nochmal eklatanter wurden. Aber ansonsten find ich das schon beeindruckend, also jetzt nicht im Sinne von Wow, so wie bei einem Nolan oder Villeneuve, wie die Bildergewalt oder die Bildgewalt ist. Ich find's viel eher spannend, wer da mittlerweile alles sich im Cast tummelt. Also ich hab das vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt. Wenn man sich die Besetzungslisten von den höheren Teilen 8, 9 und jetzt auch 10 anschaut, das sind ja zwei Knickbusse, wie da der Main-Character oder die Main-Figuren alles, wer da alles mitspielt. Ja, das ist ein verkannter Superstar. Also ein verkannter und auch nie entdeckter. Aber sei es drum. So ist Fußball, sag ich sonst immer. So ist halt Hollywood. Es ist ein fetter, mieses Geschäft, wenn man nicht zur Family gehört. Das ist hart, ja. Aber das mit den Autos ist ja wirklich total interessant, weil ich kenn auch niemanden in meinem Bekanntenkreis, der die Filme guckt und sagt, boah, ich guck die gerne wegen der Autos. Aber es gibt ja wirklich auch Leute, die das wirklich deswegen gucken. Aber mir geht diese Faszination für Autos einfach komplett ab. Ja, vor allen Dingen, weil ich finde, also die Autos in den ersten Teilen, die waren ja immer so knallbunt und ich hab mir gedacht, wer will damit bitte schön durch die Gegend fahren. Ganz ehrlich, aber die Autos in den ersten drei Teilen sind einfach bottenhässlich. Also da hab ich nie verstanden, was daran so toll sein soll. Das war ja auch die Zeit, in der Pimp My Ride erfolgreich war und Underground Racing. Es gab ja auch diese Videospielreihe Need for Speed Underground, die das ja auch so ein bisschen etabliert. Und das Ganze basiert ja oder beruht ja auf einem Artikel Racer X, wo es halt eben um diese Underground Racing Szene geht, wo ich auch sagen muss, so Leute, ihr findet da was geil, was ich eigentlich nicht so geil finde. Denn einfach mal so rumrasen in der Stadt ist irgendwie dann doch sehr gefährlich. Also nicht nur für den Fahrer, sondern auch für die Leute, die dann als Fußgänger da unterwegs sind. Aber das wurde dann immer ausgeklammert, sei es drum. Aber ganz ehrlich, diese Autos in den ersten, boah, die sind einfach so pottenhässlich. Wirklich. Gefallen dir nicht diese Neonfarben, die sind orange und lila. Ach nee, also sobald dein Auto aussieht, als wärst du auf einem Rave, bin ich schon weg. Also ich bin eh kein Autofan, aber wenn Auto, dann bitte klassisch. Dann lieber sowas wie so ein Dodge Charger oder mein Lieblingsfilmauto ist ja der Aston Martin DB5 aus Goldfinger. Das ist so der, für mich der ewige Klassiker. Aber auch da ist es nicht so, dass ich sage, den will ich unbedingt in der Garage stehen haben. Ja, so geht es mir mit einigen Figuren und Frisuren der Figuren in den ersten drei Teilen, weil die natürlich echt auch jeweils Kinder ihrer Zeit sind. Also ich habe den ersten lange Zeit nicht gerewatcht bis neun und jetzt nochmal im Zuge von zehn. Also zehn kommt jetzt demnächst ja ins Kino. Wie wir alle wissen, wenn ihr das jetzt vor dem Kinostart von zehn hört, wenn ihr das irgendwann mal random hört, dann wisst ihr, dass der am 17. Mai 2023 ins Kino kommt oder im Kino erschienen ist. Und der ist schon krass, ein Kind der späten 90er, frühen 2000er. Da ist irgendwie so ein bisschen visuelle Spielereien wie in Matrix drin. Da ist dann das Rumgebrohe drin, was man so heutzutage auch wieder sehr, sehr hat. Auch gesellschaftlich, wie ich finde. Und dann sind da natürlich relativ junge, aber ganz sicher nicht unbekannte Schauspieler dabei. Ich glaube, Paul Walker hat so in dem Dunstkreis von Fast and Furious relativ viel gemacht. Ich kann mich an The Skulls erinnern. Er war, glaube ich, der Arsch in Eine wie Keine, meine ich zumindest. Also der war schon ein bekanntes Gesicht. Auch bei Pleasantville habe ich gelebt oder mitgespielt. Und Pleasantville ist ja auch so, ich glaube, ich weiß nicht, ob er das gespielt hat, aber ich müsste den Arme dann wieder anschauen, um zu wissen, ja genau. Ich glaube, in Pleasantville war er einer der, in Anführungszeichen, Bösewichte. Und der hatte, wie gesagt, schon immer so Nebenrollen. Aber ich glaube, The Fast and Furious war wirklich seine erste große Hauptrolle. Und der hat sie auch bekommen, weil er mit dem Regisseur des ersten Teils, Rob Cohn, ja bei The Skulls schon zusammengearbeitet hat. Und also Rob Cohn hat ihn so ein bisschen, in Anführungszeichen, entdeckt. Und seien wir ganz ehrlich, ohne The Fast and Furious wäre weder Vin Diesel noch Paul Walker, der ist halt den Star rum, den sie heute haben. Wobei bei Paul Walker kommt ja noch eine gewisse Tragik mit rein. Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich später. Und das ist dann umso spannender, dass Vin Diesel ja dann sich nach Teil 1, der nun am Box-Office relativ solide bis gut performt hat für damalige Fehlnisse, dass er sich dann gesagt hat, ja, also damals war so ein bisschen das Gerücht, er will nicht mehr. So mittlerweile ist die Erzählung halt doch vielleicht auch ein bisschen, dass zu hohe Gagenforderungen dazu geführt haben. Dazu war dann auch Rob Cohn irgendwann raus, mit dem hat er dann ja Triple X gemacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mit Teil 1, 2, es ist Guilty Pleasure heutzutage, hat es viel Nostalgie-Faktor, aber so richtig connecten und so richtig, dass ich da sitze und denke, oh ist das geil und das sieht echt noch gut aus und das ist gut gealtert. Kann ich leider irgendwie nicht sagen. Es ist halt, ja, kann man jetzt auch nicht sagen, also ich habe erstmal die Probleme, wenn ich jetzt den ersten Teil anschauen würde, es ist irgendwie so nett, wie soll es mal jung da alle irgendwie ausschauen und wenn sie sagen, oh süß, niedlich, aber ja, wenn die dann immer die Autos irgendwie hochtunen und dann hier rennen vorne, dann schaut es schon sehr nach Augenkrebs aus und sehr bunt und sehr komisch, wo man gedacht hat, okay, das war damals gut. Ja, ich finde, der Film ist auch nicht so gut gealtert, er ist immer noch gut anschaubar. Ich weiß noch, bei meiner letzten Sichtung, das war, glaube ich, kurz vor oder nach Fast 9, ist mir auch nochmal sehr deutlich aufgefallen, im Prinzip ist es halt ein Remake von Gefährliche Brandung und da bleibe ich dann doch lieber bei Gefährliche Brandung, weil der wirkt auf mich einfach zeitloser, hat dann auch noch die bessere Besetzung mit Swayze und Reeves und auch die bessere Inszenierung, aber so als Zeitgeistdokument finde ich, ist der erste Teil echt ganz interessant. Nichtsdestowel hat aufgrund des Erfolgs natürlich ein zweiter Teil stattgefunden, John Singleton, den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe als Regisseur. Ich mochte das Shaft-Remake, ich mochte seinen vier Brüder, ich mochte auch immer die Härte, die er dort hatte. Und irgendwie finde, ist es richtig, aber irgendwie findet sich das alles in Too Fast, Too Furious auch nicht wieder. Dann kommt dann mit Tyrese Gibson, es wird so ein Buddy-Ding und gleichzeitig ist es auch so, finde ich, der Moment, dass man, also Brian O'Connor, den in Anführungsstrichen Verrat an Dominic Toretto in Teil 1, den nimmt man halt hin und der ist relativ pathetisch inszeniert. Und in Teil 2 erfährt man, dass er das schon mal gemacht hat mit einem anderen Verbrecher oder mit einem anderen bösen Jungen und das ist halt echt so, dass ich denke, achso, ja gut, also dann brauche ich den ja auch gar nicht mehr. Also der ist schon, war dafür für mich Paul Walker, beziehungsweise der Charakter Brian O'Connor, war irgendwie so ein bisschen durch. Den fand ich halt echt übelst langweilig in Teil 2 und ich fand auch Teil 2, was Visuelle angeht, was so das Inhaltliche angeht, einen rotzdämlichen und richtig uncharismatischen Bösewicht mit Kohlhauser. Das einzige Plus vielleicht, Eva Mendes. Was meint ihr? Also ich weiß noch, ich habe den im Kino geguckt und zwar in einer Art Triple Feature. Das war damals so eine Aktion, das hieß, glaube ich, der Sommerhit Kino, wo du ins Kino gehen konntest und pro Film, glaube ich, 3 Mark 50 oder so ausgegeben hast. Und da habe ich mit meinem Kumpel Dennis drei Filme geguckt, Bruce Allmächtig, Hero mit Jet Li und Too Fast and Furious. Und ich muss jetzt, glaube ich, nicht sagen, an welcher Stelle jetzt Too Fast and Furious liegt. Und wir fanden den damals schon wirklich unausstehlich. Also wir haben uns noch Wochen später über diesen Film lustig gemacht, weil da so Dialogschätze drin waren wie, du hast mich verraten, Bro. Und auf dem Level ist das. Und ich fand, beim ersten Teil wirkte diese Welt, in die sie uns einführen oder entführen, noch so ein bisschen authentisch. Sie hatten noch was Bodenständiges. Aber bei Too Fast and Furious, das ist wirklich so, also so stellen sich Leute, die keine Ahnung haben von der Jugendkultur die Jugend vor. So kam mir das vor. Immer so mit Yo, Bro. Und ich fand es nur nervtöten. Und dazu, du hast schon erwähnt, John Singleton, eigentlich ein sehr guter Regisseur, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er da wirklich viel Herzblut reingesteckt hat. Das war für mich, also es wirkte wie eine Auftragsarbeit, damit er irgendwie dann seinen nächsten Film dann irgendwie gestemmt bekommt. Und ganz ehrlich, für mich war eigentlich klar, das war's. Also das wird kein Hit. Es war ja auch nicht mehr so erfolgreich. Und ich hatte damals die Mutmaßung gemacht, ja, da wird vielleicht noch irgendwie ein dritter Teil kommen. Und das war's dann. Ganz ehrlich, ich dachte auch schon, der dritte Teil, wenn der kommen sollte, ist Director of the DVD. Ich wollte gerade fragen, Theresa, bist du, kannst du Too Fast and Furious irgendwas abgewinnen? Nee, also nicht wirklich. Also ich habe den ja Minimum zweimal komplett gesehen. und seitdem, ich kann mir den nicht mehr anschauen, weil der nervt so. Also ich weiß nicht, jeder Charakter nervt mich und ich kann nicht immer mehr Eva Mendes was abgewinnen, selbst die nervt mich. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann dem Film einfach wirklich nichts abgewinnen. Es tut mir leid, aber nee, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so sagen soll. Es sagt schon viel darüber aus, wenn du deinen Statement anfängst. Ich habe ihn zweimal gesehen, komplett. Das sagt schon viel über den Film aus. Ja, ich kann mir zwar das so ab und zu mal so, doch noch irgendwie so ein paar Lieblingsszenen anschauen, aber mehr auch nicht, wo ich mir denke, nee, es geht nicht, es tut mir leid. Tatsächlich ist es so, ich glaube, ich könnte so jedenfalls im Furious Film irgendwie zumindest eine kleine Szene oder irgendein kleines Bild zuordnen, aber im zweiten Teil keine Chance. Zwei Gedanken. Ich erinnere mich an, hat er den nicht angucken Trick gemacht? Was hat er von mir? Das erinnere ich, das fand ich schon damals. Heute sagt man, die Kids sagen cringe. Ich sage, es war da schon eher peinlich und nicht sehr cool. Zweiter Gedanke, ich fand es ja zumindest in Fast and Furious, also in The Fast and the Furious, fand ich es ganz interessant und ganz mit viel, also mit einem Auge zugedrückt sogar spannend, dass sie ja Pferden gelegt haben. Also es gibt mal diesen Moment, wo man irgendwie doch so zweifelt, ob das denn wirklich Dominik Toretto ist, der diese Überfälle begeht. Die, nochmal muss man sich auf den Zug jetzt nicht lassen, es ging um DVD-Player. Also klaute DVD-Player. Da hat die Reihe angefangen, bei Straßenrennen und DVD-Playern, die mindestens Wert von sechs Millionen hatten. Das müssen also mindestens zwölf bis dreizehn tausend DVD-Player gewesen sein. Naja, egal. So, und da haben sie aber zumindest zwei Sachen gemacht. Dominik Toretto ist von Anfang an nicht so ganz der Hauptverdächtige, weil auch Brian O'Connor sagt, nee, dem traut das nicht zu. Und gleichzeitig hat man das Spiel, natürlich wird jetzt O'Connor mal entdeckt, also wird sein Undercover-Job enttarnt, sein interner Job da. Und das haben sie noch halbwegs hinbekommen. In Teil zwei hast du da verschiedenste Elemente. Du hast erstmal, was ist mit diesem Roman, also Tyrese Gibson verrät der vielleicht jetzt Paul Walker oder tut er es nicht? Und was ist mit Eva Mendez? Die ist doch Agentin, aber die ist so nah dran an diesem Bösewicht-Namen vergessen, an Kohlhauser dran. Und das spielst du halt null aus. Das sind einfach nur so schmückende Beiwerke. Das hatten wir schon im ersten Teil, so mit Verrat und so und ein bisschen doppelte Böden. Lass uns das mal wieder machen. Das wird halt null ausgespielt. Also überhaupt nicht. Und deswegen finde ich den zweiten Teil vergessenswert. Das Beste vielleicht ist wirklich, wir hüllen mal den Mantel des Schweigens drüber. Hätte das Studio vielleicht auch machen sollen und hatte dann aber die, warum auch immer, die Idee, Mensch, jetzt nehmen wir einfach beide Hauptfiguren aus den ersten beiden Filmen mal raus und machen einfach was ganz anderes mit Tokyo Drift. Wollen wir einfach Tokyo Drift ignorieren, wie das lange Zeit im Franchise auch gemacht wurde oder wollen wir drüber sprechen? Ich habe ihn ja auch lange Zeit ignoriert. Ich glaube, ich habe ihn erst aufgeschaut, so kurz bevor halt dann glaube ich jetzt Teil sechs rausgekommen ist, weil da ja dann diese Verknüpfung, ein bisschen war das, wusste ich ja wegen, ähm, wegen Han und, aber ich habe mir auch gedacht, wieso jetzt den dritten Teil, dann nehmen die Paul Walker und den Dieselrat, so sollen der Schmang wie ein bisschen, die sind echt voll und deswegen habe ich den lange nicht auch geschaut, weil mir gedacht habe, boah, ne, der hat ja eigentlich für mich gar nichts mehr mit der Reihe zu tun und deswegen habe ich den, wie gesagt, auch lange ignoriert. Wobei er, also ich finde den auch furchtbar, ganz klar, aber da sind zwei interessante Sachen drin. Das erste, es ist der einzige Film der Reihe, wo man ganz klar sagen kann, hier sind wirklich die Autos die Stars, deswegen gibt es ja auch durchaus Autofans, für die ist das der, der beste Teil, weil es wirklich nur um Autos geht, ähm, weil die, da, wer spielt da mit aus Lidl Barrow? Kenne ich keinen, ne? Und es ist der erste Film, der von Justin Lin gedreht worden ist und, äh, der ist für mich mit der Hauptverantwortliche dafür, dass Fast and Furious so enorm erfolgreich geworden ist. Nicht mit dem dritten Teil, aber Justin Lin hat sich hier schon mal versucht, er ist meines Erachtens durchaus gescheitert, wobei alleine jetzt von der Action her, ähm, gibt's vielleicht, oder es gibt ein paar nette Szenen, ähm, aber ich glaube wirklich, der Film ist nicht gut, ich glaube aber, er ist unglaublich wichtig fürs Franchise. Ja, also es gab ja auch, also die, die, die gezeigten Rennen fand ich ja einmal irgendwie toll, die, die fahren ja mitten durch irgendwie Tokio durch und dann halt durch diese vielbelebte Kreuzungen, da wenn irgendwie die Ampeln grün sind, wo irgendwie Milliarden an Menschen da über diese Ampel, äh, gehen und da jagen die dann mit den Autos durch, also fand ich schon, ähm, sehr gut gemacht und sehr gut gedreht. Aber, ja, wie gesagt, ich hab den, ich hab den erst einmal gesehen, komplett. Ja, ich auch. Ja. Ich würd mir den auch nie wieder freiwillig komplett angucken, ähm, aber wie ich schon sagte, ich glaube, dass das für den Franchise wichtig ist. FF? Ja, also, irgendwie, krank an vielen, ne, Charisma-Hauptdarsteller hatten sie in Teil 1, in Teil 2 kann man Paul Walker zumindest noch als Sympathieträger da verkaufen, auch wenn ich vorhin gesagt hab, dass ich das ein bisschen in Zweifel ziehen würde, aber da ist halt Lukas Bleck, der halt nix kann, ne. Das muss man jetzt mal ein bisschen böser und noch ein bisschen härter und schärfer formulieren, weil den fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Äh, umso spannender, dass er ja in Teil 6 nochmal ausgepackt wird und jetzt in Teil 3 nochmal abreden durfte. Ja, aber da fand ich ihn ja gleich noch schlimmer. Nee, was von, nee, Teil 6, Teil 9 war er, oder? Ach, ich hab kunst da. Ja, aber kommt der nicht auch kurz in Teil 6, oder nicht, 7 ist es, ne? Sie in Teil 7 von Daumen hoch. Ja, genau, aber es ist ja quasi nur mal die Szene aus Teil 3, weil doch Vin Diesel am Ende von Teil 3 ja quasi aufkommt, wegen dem toten Hahn, und dann haben sie die Szene natürlich in 7 auch nochmal gebraucht, weil man in 7 ja erst sieht, was mit Hahn passiert. Oh ja, das ist auch so eine Sache, also dieses, die Kontinuität, sag ich mal, oder das narrative Faden, den sie da gestrickt haben, der ist wirklich sehr, sehr wirr, und wir kommen vielleicht auch gleich noch drauf, aber ich sag's schon mal vorweg als Vorwarnung an alle Zuhörenden, dieses Justice for Hahn geht mir so auf den Senkel. Ja, behalten wir mal den Gedanken, behalten wir mal im Kopf. Also, du hast, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst, also Teil 3 ist wirklich vergessenswert für uns, die jetzt mit Autos weniger anfangen können, als mit guter, solider, inszenierter Action. Aber es ist schon... Ich dachte schon, du sagst mit guter Story. Ja, das... Also, da hab ich... Da sind wir ja in der falschen Adresse. Jeder, der uns hört, weiß auch gerade, dass es nicht um Geschichten erzählen geht. Eine Sache noch, die ich vergessen habe, es ist auch nicht nur der erste Film von Justin Lin im Franchise, sondern auch von Drehbuchautor Chris Morgan, der glaube ich, bis einschließlich dann dem Spin-off Hobbs und Shaw immer für das Drehbuch veran... Ja, es gibt Drehbücher... ...verantwortlich ist und auch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass die Reihe halt so wurde, wie sie jetzt wurde. Und nein, liebe Vin Diesel-Fans, ich möchte Vin Diesel nicht seine Credits absprechen, aber er hat das nochmal nicht alleine gemacht. Ne, das stimmt. Und die Idee zu haben, dann in Anführungsstrichen dann doch federführenden Regisseur mit einem Autoren zu paaren, die ist dann ja schon irgendwie ganz cool, weil ich hatte vorhin gesagt, es gibt so zwei Etappen, zumindest, also wenn nicht sogar drei. Ich finde Teil 1 bis 3 sind halt wirklich, da geht es noch um illegale Straßenrennen und ein bisschen Krimi. Dann kommt halt Teil 4 mit, ja, heute wird wahrscheinlich von einem Soft-Reboot sprechen. Wir sehen dann wieder Paul Walker als, diesmal als FBI-Agent, wie auch immer man promotet werden kann, wenn man immer nur andere Leute verrät, das weiß ich nicht, aber egal. Und wir sehen auch wieder Vin Diesel, wir haben wieder Michelle Rodriguez, wir haben Jordana Brewster wieder dabei. Und irgendwie ist dann auf einmal Fast and Furious dabei. So, ich nehme den mittlerweile so als Brückenteil wahr, zwischen dem alten Franchise mit Justin Lin quasi beendet und dem, was dann danach kommt. Wie seht ihr das, Theresia? Geht es dir auch so? Ja, irgendwie komplett. Also das ist für mich, also ich glaube, also wenn ich jetzt die Reihe wieder irgendwie starten würde, ich würde glaube ich erst bei Teil 4 oder 5 anfangen, die anzuschauen, weil ich irgendwie halt so, also vieles gesagt jetzt nicht vergessenswert, aber ja, also nicht so beachtenswert oder nicht so wichtig für mich empfinde. Also ich würde wenn ich einen Rewatch mache, würde ich bei Teil 4 glaube ich anfangen. Der hat durchaus seine Qualitäten, ich habe den jetzt nochmal mir gegeben. Wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus dem Plot von Teil 2 und dem Plot von Teil 1. Da geht es also um Drogen und es geht um ein bisschen Rache, weil Letty ja vermeintlich das Zeitliche gesegnet hat und Dom ein bisschen trauert und auf Rache aus ist und so kreuzen sich die Wege von Brian O'Connor und von Dominic Toretto wieder und die Family kommt zumindest so langsam in Gang, sich eine Reunion anzutun. Die Romanze, die Romanze geht wie blüht wieder auf hier zwischen Paul Walker und Shardana Brewster. Ganz ehrlich, ich meinte eigentlich die Bromance zwischen Brian O'Connor. Das ist die einzig wahre Romanze, das muss ich nur sagen. Für mich ist Fast and Furious, wie heißt der halt, neues Modell, Originalteile, so heißt der ja in Deutschland. Super. Eigentlich müsste der Film wie folgt anfangen. Dominic Toretto wacht nachts schweißgewartet auf, weckt seine Letty und sagt so, Paul Letty, ich hatte gerade voll den abgefuckten Albtraum. Ey, ich habe DVD-Player geklaut, ja, und dann war ich in Japan und habe am Straßenrennen teilgenommen und jetzt bin ich hier, weil dieser vierte Teil wirklich auch für mich so ein bisschen so der erste Teil ist. Also die drei davor, finde ich, die kann man sich angucken als Komplettist, aber ich halte sie nicht für notwendig, weil die Reihe ja hier auch wirklich einen stilistischen Bruch macht, weil jetzt ist halt wirklich ganz klar die Action im Fokus und sie haben jetzt wohl auch verstanden, dass es nicht nur die Autos waren, die Action, sondern eben auch die Crew, also die Schauspieler, denn wenn wir uns mal angucken, wie erfolgreich der Film war, zum Vergleich, der dritte Teil hat, glaube ich, weltweit etwas unter 160 Millionen eingespielt bei einem Budget von 85 und der vierte Teil hatte auch ein Budget von 85 Millionen und hat fast 360 Millionen weltweit eingespielt. War der seiner Zeit vielleicht tatsächlich, ist jetzt halb sarkastisch und ironisch gemeint, schon ein bisschen voraus, weil das ja schon mit Softreboot und so quasi Legacy-Charakteren arbeitet, die schon mal im Franchise aufgetaucht sind, die aber natürlich noch völlig einbindet, also es ist ja, sind ja die tragenden Säulen, ich glaube, die, also ich würde sagen, die größten Schwachpunkte und Schwachstellen von dem, von dem vierten Teil sind neben dem wahnsinnig schlechten CGI-Tunnel am Ende des Films, sind es halt die neuen Figuren, also der Bösewicht ist wirklich, der will ja auch twisty sein, der Film noch und baut so zwei Twists ein, die beide nicht so richtig zünden und funktionieren, quasi so eine Art Kolbenfresser sind, hohoho, ja und das, das, ich finde den guckbar, ich finde den aber echt auch noch immer sehr, sehr, ja unterwältigend, ja nicht, aber eher schwächere, einer der schwächeren Einträge in dem Franchise, obwohl er, wie du richtig sagst, überraschend ja durch die Decke ging, ich kann mich damals noch erinnern, dass irgendwie zur Deutschlandpremiere auch alle da waren und bei TV total ansaßen und irgendwie rumwitzelten und was weiß ich was, also das habe ich schon damals, das kam auch so aus dem Nichts, dass ich so dachte, okay, vierter Teil und jetzt sind alle wieder an Bord, das ist spannend, ich habe den aber wirklich sehr, sehr spät erst gesehen, also ich habe das Franchise irgendwie nach Tokio drückt, das hat mich traumatisiert, da war ich ganz lange raus. Ich habe den auch nur auf den von dir geguckt, der hat mich auch gar nicht ins Kino gelockt, aber wirklich gar nicht, ich habe auch tatsächlich gar nicht so viel vom Marketing mitbekommen, deswegen war es für mich nicht überraschend, dass sie jetzt alles zurückkehren, aber für mich wirkt das mehr so wie, ja gut, die Karriere läuft halt nicht so, ne, dann versuchen wir es nochmal mit Fast and Furious und dachte eigentlich, das wird ein Flop und wurde es nicht. Ja, vielleicht haben wir die Leute dann auch gedacht, ja, vielleicht waren es dann irgendwie so die, wo sich gedacht haben, okay, versuchen wir es, also so wie die, wo vielleicht das Studio A gedacht haben, okay, versuchen wir es doch noch mit dem vierten Teil, wenn Teil 3 nicht so gut war, probieren wir es noch und dann vielleicht halt dann die Zuschauer gesagt haben, ja, okay, probieren wir es. Ja, scheint ja funktioniert zu haben. Also ich sage mal so, Vendil zum Beispiel, Triple X war enorm erfolgreich, gar keine Frage, aber sein Riddick Chroniken eines Kriegers war schon ziemlich gefloppt, Babynator war ein Erfolg, aber war jetzt kein Film, wo man sagt, boah, Wind, darauf kannst du den Rest deiner Karriere aufbauen und dann hat er noch gedreht von Sidney Dommé, Fight Me Guilty, der Mafia-Prozess, ein sehr schöner Film, aber der halt nicht zu Vin Diesel passt und ich glaube, dass ihm wahrscheinlich sein Agent irgendwann gesagt hat, Wind, pass auf, du brauchst mal wieder einen Erfolg und dann haben sie vermutlich, ich weiß es nicht, aber vermutlich dann gesagt, wie wär's mal, lass uns doch mal hier mit Fast and Furious versuchen, nochmal irgendwas zu machen und es hat ja auch wirklich funktioniert, denn nach Teil 4 kommt Teil 5. Ja, ich würde anders sagen, also das stimmt ja wirklich, also abseits von Fast and Furious kenne ich nicht sehr viel von ihm, also ja, ich habe auch die beiden Triple X-Filme auch geschaut, ja, nur die beiden bei den zweiten habe ich irgendwie auch auslassen, Entschuldigung. Der zweite ist am besten, don't judge me, ich mag den am liebsten, den zweiten, weil Ice Cube einfach zwei Stunden lang bei so einer hab keinen Bock, fress dich durch den Filmläufe. Okay, ja, das ist ein Hot Take, würde ich sagen, das ist der zweite, Trudel X, der Beste. Und wie gesagt, die anderen Sachen eben wie, Riddick hat mich halt per se nicht interessiert, hat jetzt nichts mit Vin Diesel mit dem Rest zu tun, sondern halt generell nicht und deswegen ist für mich halt einfach Vin Diesel ist halt, so blöde, es klingt für mich nur, ähm, Fast and Furious. Ja, aber es ist ja dabei geblieben, ne? Also, er hat, also, das ist ja das Lustige bei Vin Diesel, äh, dadurch, dass er ja irgendwann auch zu Produzenten der Reihe wurde und das heißt mit Erfolg, also mit verantwortlich war für den großen Erfolg, äh, konnte er sich auch einige Freiheiten nehmen und das siehst du ja, weil er gefühlt alle drei, vier Jahre immer irgendein Projekt dann anleiert, sowas wie The Last Witch Hunter und immer versucht und hofft, dass daraus vielleicht, dass es sein zweites erfolgreichstes Franchise wird und es floppt meistens, wobei Bloodshot von 2020 ja jetzt durchaus, äh, glaube ich, ein Sequel bekommt, der war aber vermutlich auch nur so erfolgreich, weil er, glaube ich, mitten in der Corona-Pandemie rauskam, ich glaube, das war der, das war der erste große Film, den sie während der Pandemie rausgebracht haben, wenn ich recht erinnere, aber. Ja, den konnte man relativ zügig dann irgendwie für Premium-VOD-Inhalte oder als Premium-VOD-Inhalt sich kaufen, genau, stimmt. Aber es ist wirklich, äh, bezeichnend, du kannst sagen, nach, nach zwei Phasen Tüge des Films versucht Vin Diesel was anderes anzuleiern und ein paar Sachen, die er macht, sind gar nicht mal verkehrt, also seine Rolle in Angleys, die ihre Heldentur des Films, das war ein schöner Film und da war er auch wirklich gut, aber ich glaube, dass der mittlerweile so mit diesem Franchise verzahnt ist, du siehst halt einfach, wenn diese, und du siehst Fast and the Furious, das macht's, glaube ich, echt schwer, weil ich hab mir diesen, äh, wie hieß er jetzt, ähm, Last Witch Hunter, wie ich schon eben erwähnt, angesehen und das für mich war das immer, was macht denn Dom Toretto im Zauberwald? Ja, es ist halt auch wirklich schwer, das ist so festgelegt, dass auf dieses, auf, 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 auf diese Rolle, das ist halt, ähm, wenn jetzt woanders mitspielt und irgendwie in einem Drama mitspielt, dann denkst du, nee, ihr würdest mich doch verarschen, ist, also, das ist halt irgendwie schwierig, wenn du, er ist halt einfach auch von seiner Erscheinung her, ist der halt einfach immer so, so der starke und harte Kerl und, und kannst ja schlecht jetzt irgendwie in irgendwelche, in wenn du da gerade noch was ändern möchtest, erster Hinweis oder Tipp, Hemden mit Ärmeln. Ja, und, na, Haare kann er ja nicht, aber vielleicht, oder einfach, naja, das ist jetzt, wäre ein bisschen fies, wenn das der gute Winn hören würde, wenn ich ihm jetzt den Tipp gebe, er soll's machen wie Dwayne Johnson, der mehr oder weniger eigentlich immer dasselbe spielt, also, der einfach seine Fanbase bedient. Aber das tut ja, wenn Diesel, tut, wenn Diesel ja scheinbar nur mit Fast and Furious. Ja, das tut er ja anscheinend nur mit Fast and Furious, weil alles, was er so nebenbei macht, ist so, ja, ach so, da hat er auch mitgespielt oder, das floppt ja dann doch eher. Ja. Naja, aber wir haben ja schon, oder ich hab ja schon The Rock erwähnt, also nochmal, Teil 4, find ich okay, ist ein Brückenteil für mich, weil er dann zum, ja, für viele, zum Filetstück dieser Reihe, nämlich zu Teil 5, Fast Five oder The Rio Job heißt er, glaub ich, auch irgendwo international. Und ja, irgendwie, alles ist egal, ein FBI-Agent schmeißt seine Karrieren für Dominic Toretto, nämlich Brian O'Connor und es geht nach Rio, es gibt Verfolgungsjagden, es gibt einen Tresor, der durch Rio gezogen wird, es gibt The Rock, es gibt also Antagonisten mit Joaquin der Almeda, der, wie ich finde, immer Charisma hat und auch immer so einen guten Bösewicht geben kann. Und da, finde ich, nimmt das Franchise einfach richtig nochmal Fahrt auf, ne? Ja, es ist halt wie, es ist halt so, da kommen halt alle vorherigen Charaktere, die du halt von Teil 1 bis 4 kennengelernt hast, irgendwie zusammen. Das ist halt so ein, ja, keine Ahnung, wir machen jetzt einen Job zusammen und sind uns alle reich und können uns dann zur Ruhe setzen. Also, da, finde ich, macht es halt wirklich dann diese Mischung, dass du halt, du hast ja diese verschiedenen Charaktere, jeder hat so sein, so ist es sein Spezialgebiet. Am lustigsten für dich haben wir die beiden Spanier, die halt immer noch Spanisch reden. Diese Spanier. Das ist ja. Ja. Das kommt aus Spanisch. Ich mag den Film halt einfach. Ja. Ich habe ihn tatsächlich nur auf DVD gesehen und der Film lief und ich dachte mir so, kann es sein, dass ich den gerade echt gut finde? Und ich habe ihn von allen Fast-Filmen am häufigsten gesehen und für mich ist es tatsächlich einer der besten Actionfilme des neuen Jahrtausends, da locker in der Top Ten. Die Reihe war nie wieder so gut wie da. Sie haben es auch immer versucht. Sie wurden von da an immer noch größer. Ich glaube, was diesen Film so einzigartig macht, ist, dass sie es hier wirklich gut schaffen, so einen Heißcharakter mit einzufügen. Also sie mixen hier wirklich sehr gut Heißt mit Action. Also alleine ihnen zuzusehen, wie sie den Coop vorbereiten, dann genau austarieren, wie muss ich mit dem Fahrzeug um die Kurve driften, damit das so und so klar geht und die Kamera nicht erfasst. Das macht viel aus. Dazu hast du halt diese Gruppendynamik, die sich irgendwann so verselbstständigt. Es ist mit, muss man ganz klar sagen, Dwayne Johnson ist eine unglaubliche Bereicherung für den Film als Luke Hobbs, der vermutlich mehr Babyöl frisst als ein Dodge Challenger Benzin. Aber sei es drum, das ist wirklich von A bis Z ein richtig guter Actionfilm, den ich mir immer mal wieder angucke. Und die Reihe, das sage ich gleich daraus, hat nie wieder diese Höhe erreicht. Ich muss halt auch sagen, ich muss halt da irgendwie dann auch trotzdem schmunzeln, es ist auch einer, es ist auch mein liebster Teil, der fünfte Teil, aber ich muss halt auch so schmunzeln, weil du hast halt einfach, okay, wie ein Diesel Paul Walker, so das Gegenstück, der eine ist halt so der Sunny Boy, der andere ist hier so der harte Kerl mit Muskeln und dann halt denke ich mir, wie wollen sie das irgendwie noch toppen und dann kommt Wayne the Rock Johnson und ich denke mir, okay, alles klar. Übrigens, ich finde auch, dass Teil 5 der einzige Teil der Reihe ist, der gute Action-Szenen hat ohne Autos. Ja, das stimmt. Diese Jagd durch die VW, das ist großartig. Oh ja. Ja. Und auch hier, wie gesagt, Regie, wie bei Teil 4 auch, Justin Lin und der zeigt dir wirklich, was er kann. Und das möchte ich echt nicht, also es klingt da wirklich bescheuert, aber es ist das letzte Mal in dem Franchise, das ich finde, dass man sagen kann, dass der Autor Chris Morgan es geschafft hat, alles schlüssig und sich aus Figuren und deren Motivation entwickeln zu lassen. Und dass das also, dass dieser Heist gemacht wird, weil er, weil er, er ist planbar, es ist umsetzbar und es ist trotzdem so, dass die Motivation klar ist. Dann schmeißt er mit diesem, mit Hobbs, also mit Dwayne Johnsons Charakter, schmeißt er halt einen, einen quasi Tommy Lee Jones Charakter, also so ein, so ein Sam, Sam Gerard aus Auf der Flucht rein, der dann auf der Ebene eine Bedrohung schafft, dann hat er den klassischen Bösewicht, der so ein Drogenkartell leitet und das wird alles aber irgendwie schlüssig zu Ende erzählt und hat trotzdem keine losen Fäden. Dann sind so ein paar alte Charaktere dabei, die nochmal so eine, so ein, so ein Revival-Faktor da drin haben und trotzdem wirkt das irgendwie organisch. Das muss ich wirklich sagen, also ich bin lange Zeit, also nach Erst- und nach Zweitsichtung gar nicht so auf diesen Hypetrain, ähm, bin ich gar nicht so aufspringen oder konnte ich noch nicht so aufspringen, weil mir zwei Teile irgendwie besser gefallen, aber ich kann mittlerweile sagen, so nach der dritten, vierten Sichtung, dass Fast Five wirklich klar der qualitativ stärkste Teil der Reihe ist, weil es alles wirklich sehr, sehr gut executed ist. Also das Drehbuch ist halt wirklich vernünftig geschrieben, die Figuren sind vernünftig geschrieben, die Motivation ist klar ersichtlich und man weiß noch nicht irgendwie, man hat auch noch nicht dieses, ja, dieses Bond-Momentum. Ja, sondern auch diese Actions, die dann eben noch, so jetzt mal glaubhaft gut ist, die dann nachher da hier, ähm, die Stadt halt mit dem, mit dem Tresor da zerstören, aber das war dann so dieses Highlight, das ist nicht euer Ernst, jetzt zieht ihr jetzt hier doch diesen, diesen Tresor da euch hier, aber das fand ich halt auch damals irgendwie noch super und die das auch trotzdem dann Exits haben, die dann zu steuern und zu lenken, damit der dann so als, irgendwie so als Wurfgeschoss dient. Also das fand ich halt wirklich echt gut gemacht und halt auch noch irgendwie nachvollziehbar. Und vor allem diese Tresorsache ist auch eine Action-Szene, die ist einfach so, was hast du auch zuvor noch nicht gesehen. Dass das nicht realistisch ist, scheiß drauf, vollkommen egal, ja. Aber alleine, dass dieser Tresor durch diese Straßen gezogen wird und alles stimuliert, ist einfach eine total nette Idee, daran erinnert man sich. Und ich kann natürlich einzelne Action-Bilder oder Szenen aus den Vorgängern außer bei der zwei zuordnen, aber ich weiß genau, Tresor war ich sofort Fast and Furious, ich weiß, was passiert und jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, freue ich mich auf diese Szene, die für mich auch wirklich ein Action-Highlight ist. Es ist, das sage ich ganz vorweg, kein Mad Max Fury Road, aber das ist eh schwer, aber für mich wirklich, und das, damit kann ich das jetzt gerne hier auch abschließen, zumindest bei Teil 5, für mich, ja, die, die Speerspitze des Franchise. Und ich glaube auch tatsächlich, es wird nie wieder einen Fast and Furious geben, der so gut ist wie der fünfte. Ja, geh ich mit. Also das liegt nochmal in letzter Konsequenz auch an der Qualität der, in Anführungsstrichen, Effekte, weil du, da ziehe ich mal die Verbindung zu Fury Road. Du siehst natürlich ab und zu mal CGI im Einsatz, aber ich glaube, es ist viel weniger, als wir denken. Und guckt euch mal da wirklich Making-Offs bei YouTube an. Also da gibt es noch ein bisschen Material oder kauft euch die Filme auch. Also das kann man ruhig machen. Gerade bei iTunes sind die manchmal für, ich glaube, jetzt gerade kriegst du jeden für sechs Euro und die ganzen neuen Teile irgendwie für 30 Euro könnt ihr die kaufen mit 4K, mit HDR, also High Dynamic Range oder mit Dolby Vision dabei. Und schaut euch mal das Making-Off an. Das ist halt echt krass. Selbst in noch folgenden Teilen, wie viel dann doch auch manchmal CGI unterstützt ist, aber zumindest noch praktisch versucht wird zu machen. Das ist schon echt krass. Und der hat fast 300 Millionen mehr eingespielt als sein Vorgänger und hat auch nur, glaube ich, 40 mehr gekostet. Warum? 125 Millionen, das muss ich mal reinziehen. Da macht Marvel heutzutage einen halben Film. Ja, und gleichzeitig sehe ich da eine sehr große Parallele zu Marvel, weil mit dem, wir reden, wie gesagt, spoilerlastig hier und mit der Post-Credit-Szene aus Teil 5, da erfahren wir ja, dass Letty wieder von den Toten auferstanden ist sozusagen. Macht mal etwas, für mich ist das der wahre inhaltliche Jumping-the-Shark-Moment, weil man irgendwie es hinbekommt und das ist so, ich finde es einerseits natürlich immer drollig und interessant, wenn man Figuren, die man etabliert hat, wieder zurückbringen und zurückholen kann. Aber du, in letzter Konsequenz fehlt halt genau diese, nämlich Konsequenz. Du weißt irgendwie, dass alles passieren kann und dass auch mal eine Figur draufgeht. Das passiert in diesem Franchise tatsächlich ja auch des Öfteren mal. Zwei Sachen, die ich wichtig finde. Das Erste ist, das haben wir noch gar nicht angesprochen, Fast and Furious ist auch immer Seifenoper. Ganz klar. Das gehört einfach zur Reihe dazu. Dieses ganze Familiengelaber, das wird ja in den späteren Teilen noch schlimmer. Aber seit dem ersten Teil gehört das dazu. Und die zweite Sache, die wir vielleicht erklären sollten, ist, falls einer uns zuhört und das nicht weiß, was Jumping-the-Shark bedeutet. Soll ich das kurz aufklären? Wir sind, das habe ich schon beim Cocaine Bear ja gesagt, ihr seid ein Bildungspodcast gewesen und wir sind es heute auch. Wir lernen heute so viel wieder. Okay. Bitte. Kurze Erklärung, es gab mal eine Serie namens Happy Days. Da gab es eine Figur namens Fossi, gespielt von Henry Winkler. Das war so die coole Figur und alle mochten Fossi und Fossi war einer, der schaffte alles. Und in einer Folge war es aber so, dann ging Fossi Wasserski laufen und sprang über einen Hai. Und das war so der Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, irgendwie, das passt nicht mehr zur Figur, das ist jetzt zu übertrieben. Und wenn etwas zu übertrieben wirkt, man also irgendwie glaubt, das passt nicht wirklich mehr zur Reihe oder zur Figur, spricht man bei Filmen und Serien gerne vom Jumping-the-Shark. Also wenn etwas einfach zu übertrieben ist, man ist einfach nicht mehr glaubhaft ist. Und wie ich schon sagte, Fast and Furious ist Jumping-the-Shark the Movies sozusagen. Also wenn wir jetzt sagen von Jumping-the-Shark, dann kann man einfach sagen, das ist unglaubwürdig. Vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr korrekte, reichhaltige, bildliche Erklärung. Ich kann von dann ziehen, meine Arbeit ist getan. Ja, dein Bildungsabstieg für heute ist erledigt. Officially been learned. Wobei ich halt sagen muss, also ja, es ist irgendwie komisch, dass jetzt Letty auf einmal dann, oh, Überraschungen sind, überlebt. Aber mit der Erklärung kann ich ja noch, kann ich ja noch ein Stück weit mitgehen. Das, was sie halt dann in Teil 9 gebracht haben, das finde ich, das toppt alles. Ja gut, ja. Man merkt auch bei der Reihe so ein bisschen, dass die Leute halt sterben und nur dann zurückkommen, wenn sie nicht mehr so, wenn sie nichts anderes gefunden haben. Denn, äh, ich greife vorweg, Gal Gadot gehört ja auch in Teil 5 zum Team und stirbt ja in Teil 6 oder Teil 7 und tauchte nicht wieder auf. Vermutlich, weil sie als Wonder Woman zu viel zu tun hatte. Hingegen Michelle Rodriguez, ohne es böse zu meinen, hatte wahrscheinlich dann wieder, war ganz froh, als es dann hieß, juhu, wieder Paycheck, dann Fast and Furious. Ja. Ja, da war nicht ganz vergessen, hast du völlig recht, weil der, der Fast and Furious, äh, also Fast and Furious Teil 4 sozusagen, der ist ja 2009 entstanden und da hat Michelle Rodriguez ja auch Avatar, äh, ins Kino oder erschienen Avatar im Kino und hatte da ja auch einen großen Aufzug, da hat vielleicht gedacht, Mensch, wenn ich das mitnehme, dann kommen die Angebote nur so reingerauscht, aber wir hatten das heute schon mal an anderer Stelle, in einem anderen Podcast. Äh, ich vermute ja immer, dieses vermaledeite Hollywood und starke Frauenfiguren und wenig, äh, Rollen, die das hergeben. Ach, starke Frauenfiguren. Könnte das tatsächlich ein Punkt haben. Wach, ich. Ja, wollen wir in Hollywood, darf ich freuen nicht anscheinend. Also wir, in Anführungsstrichen, ne, also die in Hollywood, die da oben. Danke, dass ich hier sein darf, ne. Ja, ja, Therese, aber wir brauchen auch eine Quotenfrau, das ist euch auch, ist euch und uns und dir auch klar. Und jetzt hol ich hier. Ja. Und hast du eigentlich, hast du eigentlich genau wie im Franchise, also im Fast Franchise, bitte, also du kommst immer zu Hip-Hop-Beats mit einem Minirock, von hinten der Shot und du machst eigentlich entweder nur, du gehst eigentlich nur da lang und gehst zu einem Auto hin und danach bist du auch egal oder du machst halt die Fahne zum Starten, ne. Mehr machen Frauen ja auch nicht, wenn sie nicht gerade Letty sind. Ja, natürlich. Mich willst du nicht im Minirock sehen, glaub dir das. Ja, äh, das sag ich jetzt nichts. Ähm, ähm, was ich ganz interessant finde, ich hab mal ein Interview gesehen, äh, mit dem, äh, Justin Lin und der hat halt gesagt, dass er immer möchte, wenn halt solche Szenen kommen, wo halt Frauen, kleidbekleidet in diesem Fast Franchise auftauchen und diese kommen sehr häufig vor. Es gibt ja auch, glaub ich, im fünften und sechsten einen Fall, wo man, äh, aus irgendeinem Grund Gelgados hinter mit tatschen muss, um an irgendeine Information zu kommen. Das ist Teil fünf, da muss, dass sie braucht noch die Fingerabdrückliche von, von dem Genau. brasilianischen Mafia-Typen. Genau. Und da haben sie es wohl so erklärt, also nicht erklärt, aber was dem Regisseur da wohl wichtig war, dass sie auf die Idee kommen muss, dass es von ihr aus kommt, dass sie es macht und nicht einfach gesagt wird, du, geh da hin und lass mich mal mit tatschen. Äh, das ist schon ein bisschen was in die richtige Richtung. Problem ist nur, dass dann, und ich greife vorweg, dass in Teil sieben mit, äh, James Bond als Regisseur dann wieder komplett, äh, fallen gelassen wurde. Ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt kurz ein, 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 eine Frage an euch. Also, ich könnte sie mir auch selber beantworten, aber ich hab ja vorhin schon mal den Namen James Bond reingebracht und wird auch so ein bisschen Impossible vielleicht noch mit rein. Ich find ja, ab Teil sechs ist es dann nicht mehr, ist es dann nicht mehr Family, sondern es ist halt echt nur noch so Agenten, wir brauchen irgendwie einen McGuffin, der geholt wird und dann machen wir halt die, es geht halt, ich find ab Teil sechs, es ist immer, oh Gott, es geht um Weltzerstörung und es ist immer, die Bedrohung ist immer so riesig groß, es sind immer neue Waffen oder irgendwas. Wie geht das euch damit? Also, findet ihr das cool oder ist das eher so ein Abturner? Ah, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Also, wenn man bedenkt, dass das immer angefangen hat, dass das wie ein Diesel, wie du gesagt hast, einen DVD-Player geklaut hat oder jetzt muss er die Welt retten, weil ständig irgendjemand irgendwas zerstören will und irgendwie eine Elektrobombe baut oder hier irgendwelche Daten ausspioniert. Es ist schon ein bisschen aus der Luft gegriffen, dass jetzt hier die früheren Verbrecher jetzt irgendwie zu Agenten wären, aber anscheinend gibt es niemals anderen, der die Welt retten kann und deswegen braucht The Rock die Hilfe von Vin Diesel. Ja, von wem aus sonst, ne? Ja. Ich habe den sechsten... Glatzköpfe unter sich, ne? Ich weiß nicht, warum, aber ich konnte mit... Der sechste Teil hat mir nie so gut gefallen. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum, aber ich weiß noch, dass der gehypt worden ist durch diese Schluss-Action-Sequenz mit diesem Frachtflugzeug und diesem Panzer irgendwann, wo man sich fragt, wie lang ist diese Landebahn? Die muss ja lang sein von Hamburg bis nach Dänemark. Also ist der Wahnsinn. Ich glaube, 42 Kilometer hat man mal irgendwie gerechnet. Der Film hat mich nie so richtig bekommen. Ich kann dir aber gar nicht sagen, woran es liegt. Vermutlich, weil er nicht diese Heißkomponente hatte und die Action-Bear da irgendwie... Also da hat es nicht klick gemacht. Da gibt es ja auch wirklich ein paar durchaus ikonische Szenen. Also dieser Sprung vom Panzer zum Beispiel ist ja, glaube ich, auch ein Poster gewesen. Und sie versuchen, den Figuren noch mehr Raum zu geben. Also Tyrese Gibson hat als Roman noch mehr Screentime und kabbelt sich so ein bisschen mit Ludacris. Ich glaube, der heißt Tush oder so ähnlich. Aber so richtig... Und ich weiß noch, da spielt, glaube ich, ein österreichischer deutscher Bodybuilder mit als Henchman vom bösen Owen Shaw, gespielt von Luke Evans. Ähm, aber irgendwie, ja, ich hab den gesehen damals im Kino, weil ich dachte, boah, Teil 5 war so geil. Ich guck mir den sechsten Teil im Kino an und ich kam aus dem Kino raus und dachte mir so, boah, irgendwie, nee, so, der zweite Schuss ging irgendwie daneben. Also es ist jetzt kein schlechter Film, aber von dieser, ich nenne es mal zweiten Phase, der guten Phase von Fast and Furious, ist es tatsächlich derjenige, der mich am wenigsten überzeugt. Das kann ich, also ich würde das mitgehen, weil, also 9 hatten nochmal so eine Sonderstellung, aber ich glaub, das liegt an zwei Faktoren. Ich glaube, das ist echt, dass der Cast zu groß wird. Du hast zu viele Figuren, die du irgendwie reinbringst, dann bringst du noch ja mit, also ich find ja schon, dass Hobbs dann so ein bisschen ein anderes Gewicht bekommt. Dann hat der noch so eine weibliche Agentin mit dabei. Ich weiß nicht mehr, irgend so eine Ex-MMA-Fighterin spielt die, glaube ich. Und dann hast du natürlich, musst einen neuen Antagonisten reinbringen. Und alle aus den vorherigen Teilen sind da ja noch dabei. Und das wird mir irgendwann einfach zu viel. Das ist Punkt eins, den ich echt schwierig finde. Und Punkt zwei ist wirklich dieses komplette Vernetzen aller Teile untereinander und da so eine große, übergeordnete Geschichte oder einen Bogen oder einen Rahmen draus zu machen. So a la MCU. Und wenn du schon, du kannst quasi sagen, gut, wir übernehmen die Inkonsequenz, ist, dass Figuren einfach sterben und wieder auftauchen. Das machen wir schon mal wie genau wie das MCU und dann verknüpfen wir das alles miteinander. Das ist echt meine größte Angst für den neuen Mission Impossible. Da hörte ich so in der Promo-Interview-Arbeit auch schon was von, wir sind jetzt so ein bisschen MCU-like und das hat alles noch Bedeutung und es spielen ja jetzt wieder Figuren aus Teil 1 mit. Das ist so ein bisschen Reizthema bei mir, weil das, ich will es nicht so hart formulieren, aber das ist etwas, was ich sehr, sehr ungern mittlerweile sehe. Es kann ganz witzig originell sein und in Teil 5 hat es total funktioniert, die alten Figuren reinzubringen, weil es sich aber, da wiederhole ich mich, es hat sich halt die Story echt organisch angefühlt und sich irgendwie organisch ergeben und ab Teil 6, finde ich, ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Da kommt halt irgendwie ein Dude, ein Agenten-Dude, das ist in dem Fall was jetzt Luke Hobbs, der dann sagt, ich brauche euch, ihr seid die Besten, ich brauche keine normalen Agenten, ich muss out of the box denken. Ja und ab Teil 7 ist es dann Kurt Russell und in Teil 9 ist es dann, weiß ich gar nicht mehr, dann sind sie es irgendwie selber, weil Bruderherz ist dabei und ich bin mal sehr interessiert, man weiß es ja schon ein bisschen durch die Synopsis von Teil 10, was da so auf uns zukommt. Ja. Ja, es ist also, ich kann jedenfalls stehen, der sagt ja, 6 ist auch gut, aber ich für meinen Teil konnte mit dem einfach, war nie so meins und ich vergesse auch immer, dass es der Teil ist, wo Gal Gadot's Figur, Giselle glaube ich heißt, die stirbt, aber die hat auch nie so wirklich einen Impact hinterlassen, die Figur von ihr. Also im Gegensatz jetzt zu Letty oder andere Figuren, jetzt Tasch oder die anderen 3 Millionen, die es gibt. Aber Hot Take, liegt es vielleicht auch einfach an Gal Gadot's doch gar nicht so großem Charisma? Ganz ehrlich, ich habe zu der Frau keine Meinung, weder positiv noch negativ. Ich mag ein paar Sachen, wo sie mitspielt, wo ich auch sie gut drin finde. Ein paar Sachen mag ich nicht und die einzige Performance, wo ich sage, boah, da war die Frau echt nicht gut, war halt Mord auf dem Niel. Aber sie musste ja auch gegen harte Konkurrenz antreten, aka Greenscreen. Und sie muss auch aufpassen, dass sie von Armin Hammer nicht gegessen wird. Das darf man auch nicht vergessen. Theresa, hilf mir mal auf die Spur. Ich würde jetzt den Hot Take noch erweitern und sagen, ich finde Gal Gadot ist eine ganz hübsche Frau, aber keine gute Schauspielerin. Gehst du da mit? Also hübsch ist ja auf alle Fälle ein guter Schauspieler, wo jetzt auch nicht, vielleicht liegt es einem nicht an die Rollen, wobei ich sage, mir hat es einfach, mir haben die Wonder Woman Filme nicht gefallen, aber das liegt jetzt per se nicht an ihr, sondern halt. Weil die Theresa was gegen starke Frauen hat, jetzt haben wir es gesagt. Ja, aber ansonsten, habe ich die jetzt auch nicht so präsent auf dem Zettel stehen. Also, ich will nicht sagen, dass es eine schlechte Schauspielerin ist, aber ich finde, es gibt durchaus stärkere und bessere. Ja, ich habe das, Stu hat auch ein klares Ja gehört zu meinem Teil 6, ich mag den Film auch, aber es stimmt schon im Gegenteil zu Teil 5 oder zu 7, 8, die wir jetzt ja noch besprechen, finde ich den auch eigentlich am schwächsten, wobei ich da dem immer noch, macht auch trotzdem immer noch Spaß, die Uhr zu schauen und ja. Was er aber hat und das war für mich wirklich so ein Uh-Band, einer der für mich nicht besten, aber eindrucksvollsten und unerwartetsten Post-Credit-Scenes, wir sehen ja dann, dass Han umgebracht wird und zwar von Jason Statham, der damals ja schon Actionstar war, der damals aber mehr so immer, ich sag mal so, in der B-Liga der Actionstars aktiv war. Ja, der hatte seinen Transporter, die waren auch erfolgreich, aber das war kein Schauspieler, den ich mit A-Liga-Actionfilmen in Verbindung gebracht habe und dann haben sie gesagt, okay, der wird jetzt der Bösewicht im kommenden siebten Teil und das fand ich ganz schön, weil ich auch dachte, okay, Jason Statham als Bösewicht in Fast and Furious, ja bitte. Ja, aber ich dachte, ich saß da im Kino und habe auch diese Post-Credit-Scene gesehen und eben da hier den Tod von Han und dann steigt da jemand aus und mir gedacht, okay, wer ist es jetzt, wer ist es, welcher Star ist es und dann sehe ich Jason Statham und mein erster Gedanke war, was will jetzt der Transporter bei Fast and Furious? Ja. Weil ich war wirklich so halt auf Auto gepolt und dann steigte ein Jason Statham aus und ich so, spielt das der Transporter auch mit? Es wäre ja ziemlich lustig gewesen, wenn wir die beiden Franchise vereint hätten, aber ich glaube mal, Luke Besson hätte nichts dagegen gehabt, aber Universal wahrscheinlich. Ja, also es war mir nachher dann schon erklärt, dass der halt dann nicht die neue spielt und es war halt so die erste Reaktion, so dieser Moment im Kino, wo ich denke, und ich so, hä, okay, macht keinen Sinn, aber ja. Wie steht ihr zu dem Timeline abfacken, das damit aber auch einhergeht? Ich finde es total amüsant, weil der Sung Kang, der ja den Hahn spielt, ist ja ein Kindheitsfreund von Justin Lin, der ja schon seitdem der Kurzfilm gedreht, bei dem immer von der Kamera stand und auch jedes Mal diesen, ich weiß nicht, Maspleen hat, dass er immer unentwegt was ist, ähnlich wie Brad Pitt in den Oceans-Filmen, deswegen fand ich das eigentlich, also es ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal und ob das jetzt vor Teil 3 oder Nachteil 3 ist mir auch ladde wie Hose, ich finde es eher charmant, dass das so ein Freund von dem ist, den er überall unterbringt und der halt eben dadurch eben zu diesem Team gehört, aber ich habe mir noch nie wirklich den Kopf darüber zermatet, warum der dritte Teil denn jetzt dann spielt und das ist, ganz ehrlich, Zeit ist für die Fast and Furious-Reihe genauso relevant, wie die Physik oder Schwerkraft, ja, also Können wir uns also auch darauf einigen, dass wir Fast and Furious einfach alle Teile immer der Reihe nach gucken und nicht der Chronologie der Reihe nach, ich fange jetzt bei T4 an, das ist mir der Rest eh egal, eine weise Entscheidung, eine weise Entscheidung, eine weise Entscheidung war auch, jetzt kommt wieder eine Überleitung aus der Hölle, nicht auf Justin Lin zu warten, der glaube ich dann bei Star Trek Teil 3, also Star Trek Beyond involviert war und deswegen für Fast 7 keine Zeit hatte, sondern das Zepter an James Wan übergab und dann natürlich der Film, der gleichzeitig von der Tragödie um Paul Walker ja, erstmal deutlich nach hinten verschoben wurde und dann, aber auch, das muss man ja auch zugegebenermaßen sagen, inhaltlich total zehrt oder sehe ich das falsch, du? Das ist ein kompletter Paul Walker Film, also, nehmt es mir nicht böse, liebe Fans, aber Fast 7 hat glaube ich über 1,5 Milliarden Weltweit eingespielt und das hätte er nicht ohne diese Tragödie, so hart es klingt und ich persönlich bin der Meinung, sie haben den Abschied gut gemeistert, es war sehr tränenreich, auch sehr kitschig, aber das ist auch so ein Kitsch, das hat sich das Team und der Film auch verdient, das fand ich auch sehr rührend, ähm, aber ja, dieser, dieser tragische Tod, äh, hat diesen Film nicht, also, sehr beeinflusst, ich meine, während, ich glaube, es werden der Dreharbeiten passiert, wo, äh, gegen Ende der Dreharbeiten, wo halt nur noch die meisten Szenen von Paul Walker abgedreht waren und die, äh, unabgedrehten wurden ja, glaube ich, da mit einem Stunt-Double, ich glaube, seinem Bruder und CGI gelöst, ist technisch auch ganz gut gelungen, ja, technisch ist es auch ganz gut gelungen, ähm, was mich dann mehr irritiert hat, sind so Sachen, da hast du so einen Kampfkünstlerass wie Ong Bax, das da, Tony Jaa und der wird halt verprügelt von Paul Walker, das sind so die Sachen, die mich da mehr stören, aber, ich weiß noch, dass ich, im Kino saß mit einem guten Freund und, äh, hab jetzt keine Tränen im Auge gehabt am Schluss, aber als dann das letzte, die letzte Szene kam, wo sich die Autos dann so, so trennen, der eine fährt da geradeaus, der andere biegt links ab, das ist ein sehr schönes Bild und, ich hab den Zehnten noch nicht gesehen, aber ich hab ein bisschen Schiss, dass sie das kaputt machen. Das stimmt schon, also, ich hab, ich hab Gefühle, ich hab Tränen geheult, als ich, dass diese letzten Szenen da kamen im Kino, sie haben es natürlich auch voll auf zwölf halt irgendwie gemacht, also, sie haben es natürlich drauf angelegt, aber ich finde auch, dass das ein schönes Ende für Teil 7 gewesen ist und ja, also, ich hätte mir nicht Teil 7 so und so hochgeschaut, aber klar, glaube ich, hab der Film viel in die Kinos gezogen, weil halt das passiert ist mit Paul Walker, so tragisch es ist. Ja, das stimmt alles, was sie sagt und dennoch finde ich, dass Teil 7 den besten Einstieg in einen der Filme hat, also, die Einführung von Deckard Shaw, also Jason Statham, die ist so gut, die ist visuell und inhaltlich richtig geil, also, die ist clever, die ist lustig, die ist kreativ, die hat einen Impact, das ist, da habe ich dir vollkommen recht, ist ein super Opening, egal, ob jetzt für das Franchise allgemein oder für einen Actionfilm, das ist so richtig gut, so fängt man im Film an, du siehst die ersten drei Minuten und bist gehuckt und willst wissen, wie es weitergeht, ja. Ja, das stimmt, das war diese Kratenhausszene, wo dann alle im Kraten, ja, ich erinnere, ja. Und ich weiß, dass wir in der Redaktion echt viele haben, die auch mit James Wan nicht viel anfangen können, ich mag ja nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell seinen Stil ganz gerne. Wobei ich sagen muss, ich fand eigentlich ganz cool, irgendwie da Jason Statham jetzt als so den Gegenspieler reinzubringen, aber per se fand ich immer so im Rückblick jetzt auch, haben die dann halt aus dem, aus Jason Statham oder aus der Rolle wenig gemacht, der kam halt dann immer wieder so, die waren gerade wieder irgendwo auf einer Mission und dann so von der Seite kam dann der irgendwie so wieder reingekraucht und war dann so kurz da und dann wieder weg, also ich fand, sie haben es ein bisschen verspielt irgendwie, also ich finde, sie hätten da sich einfach dann halt auf der Kratenhausser versteifen können, aber na, da kam dann noch hier dieser afrikanische Warlord noch dazu. Ja, dieser Mose, wie der hieß, ja, ja, ich muss ja auch sagen, ich hatte damals schon so die, nicht die Befürchtung, aber die Vorahnung, dass Jason Statham einfach zu groß ist, um ihn einfach nur mit einem Film dann zu verbraten und so kam es ja dann auch, aber ich habe so ein bisschen das Problem, weil bei der ersten Szene, die ja wirklich gut ist, aber ich meine, da sieht man ja auch, dass er Unschuldige tötet, außer er verratet mir jetzt, dass alle Schwestern und Oktoren, die mit der Granate da umgebracht werden, dass die irgendwie wirklich kein Geheimagetten sind oder irgendwelche Terroristen, aber für mich war Und oder Deckard Shaw einfach wirklich ein mieser Motherfucker, der einfach böse ist, deswegen hatte ich schon meine Probleme, dass es dann heißt, so im nächsten Teil, ja, das ist eigentlich ganz okay. Ich weiß nicht, warum das auch so ist, also Don't Kill Your Darlings vielleicht bei Chris Morgan als Autor und vielleicht sagt auch die Macher, nee, also wir haben jetzt auch Verträge oder wir wollen die unbedingt alle halten, weil das sind alles Namen, die auch Leute zumindest dazu bewegen, Kinoticket zu lösen, aber es ist schon, diese mangelnde Konsequenz ist halt auch da echt spürbar, weil du hast völlig recht, der hat seinen Bruder da am Krankenbett besucht, der irgendwie da vor sich hin vegetiert, der ganze Film lebt quasi von davon, dass das ein Abbild seines Bruders ist, das ist auch wieder so ein Elite-Soldat, der dann irgendwie abtrünnig geworden ist und noch viel geiler ist als Owen Shaw und blablabla und blubbeblub und am Ende auch ja den, wie ich finde, spannendsten Moment hat, dass du halt trotz der Paul-Walker-Tragik denkst, es könnte jetzt für Dom eng werden und der dann wirklich einen sehr, sehr langen, wie ich finde auch zu langen Showdown hat und einen zu langen Fight mit ihm und dann, ja, dann landet er hinter Gittern und du denkst, gut, so wie du schon sagtest, der wird wohl weitergenutzt, aber wie er dann weitergenutzt wird, macht einerseits irgendwie Spaß, weil das schon mit der Dynamik Dwayne Johnson in Acht wirklich, das sind die meiner Meinung nach unterhaltsamsten Momente in Acht und davon lebt auch der achte Teil total, da fehlt nämlich Paul Walker wirklich schon eklatant, aber gleichzeitig deckt es halt total die kleinen Makel und die kleinen Fehlerchen in dieser Reihe auf, weil dieses nicht loslassen können von Figuren, das ist irgendwie, wobei es gibt wahnsinnig inkonsequent. bei Teil 7 ist auch die andere Seite, nämlich dass eine Figur die richtig nutzen, denn ich finde, bei Teil 7 merkt man schon, dass Vin Diesel, wie gesagt, der Produzent der Reihe oder Mitproduzent und Dwayne Johnson sich vielleicht nicht so wirklich mögen, denn Dwayne Johnson ist halt die Hälfte der Zeit im Krankenbett, ja, und guckt halt zu. Der hat am Anfang diese Szene in diesem DSS-Hauptquartier, wo er da irgendwie als springende Matratze dient, damit seine Kollege nicht vernetzt wird, weil was sind schon 20 Meter aus dem Hochhaus schmeckt, das ist ja Witz, und dann halt am Schluss, wo er sich den Gips abreißt und mit der Minigun mal kurz für Ordnung sorgt. Bei der Lieblingsszene, wenn er sich eben den Gips abreißt hat, okay, ich muss jetzt auch los, die anderen kloppen sich, ich muss denen helfen. Ja, weil ich weiß halt, Daddy's gonna work. Weil ich weiß halt noch, dass der auch natürlich sehr prominent promoted wurde mit Dwayne Johnson, der damals, das war seine Hochzeit, also Fast and Furious 5 hat mit dazu geführt, dass er einer der bestbezahlten und kannsten Hollywoodstars der letzten Jahre war, und dann hast du diesen Film, und natürlich ist er natürlich hauptsächlich auch zugeschnitten auf die Tragödie von Paul Walker, wobei das zugeschnittenste auch falsch klingt, aber ich, ich fühlte mich so ein bisschen betrogen, also im Kino, also ich dachte mir, jetzt habt ihr Dwayne Johnson, und ich war damals noch so auf dem Drichter, boah Dwayne Johnson, der kann alles, ne, der kann alles, ähm, und dann sitzt der oder liegt der von den zwei Stunden Laufzeit, irgendwie 100 Minuten im Krankenbett, und, äh, rückblickend weiß man ja auch, dass sich wohl Johnson und Diesel wohl ordentlich zerfetzt haben, weil die beide wohl einfach, äh, naja, schon ihre eigene Ego-Show fahren, ne. Ja, zwei Alpha-Tiere, wobei ich glaube, dass ich damals in der Vorberichterstattung, äh, als sieben noch, äh, vorerscheinen und auch noch vor der Tragödie, äh, Lars, ich meine ich, dass das schon schwierig wäre, mit dem sehr omnipräsenten Dwayne Johnson irgendwie, das unter einen Hut zu kriegen, dass der mitspielen kann, und dass der halt gedreht werden kann, und ich glaube, das hat sicherlich mittlerweile ja auch den Aspekt, dass die beiden sich nicht riechen können, und da schon wahrscheinlich nicht so gut riechen konnten, immerhin hatten sie da aber noch Szenen, in denen sie auch im gleichen Raum waren, das haben sie in acht ja gar nicht mehr, ähm, da, CGI sei Dank, äh, fällt aber trotzdem auf, wenn die sich wirklich nie, äh, Auge in Auge gegenüberstehen, aber ich meine, sie haben vor allen Dingen das so geschrieben, damit Dwayne Johnson, ähnlich wie, wie Neff Campbell in Scream 3, die da ja auch irgendwie was anderes gedreht hat, ich meine einfach, dass sein, sein Drehplan das gar nicht anders zugelassen hat, dass er so eine, in Anführungsstrichen, gesidelinte Krankenhaus-Storyline bekommt. Das kann durchaus sein, ich glaube, war es nicht sogar Herkules, den er da gedreht hat, oder irgendwie sowas? Ja, das kann gut sein. Ich gucke gerade mal nach, 2000, äh, ja, Herkules, Herkules oder San Andreas, das sind die zwei Filme, wo er dann vermutlich, äh, ja. Wenig Zeit für hat er? Ja, aber es ist trotzdem, es wird ja schon, es ist halt einfach schwierig, wenn du halt dann zwar so omnipräsente Alpha-Ziele da hast, und der eine ist halt auch noch dann hier Produzent und Ideengeber davon und dann kommt da jemand und möchte ihm da irgendwie das abspenstig machen oder keine Ahnung oder was, was weiß ich, was, welche Revierkämpfe, die da ausgefochten haben. Ja. Also, der siebte Teil, der macht auch wirklich Spaß und, äh, der ist vielleicht auch so der Teil, der alle Emotionen am besten abdeckt. Du hast Staunen, du hast, äh, Dramatik, du hast Traurigkeit, du hast Spaß. Ähm, aber... Diese Szene, wenn die da dieses Auto klauen in diesem Hochhaus und dann eben von Turm zu Turm springen, da hat es ein Millionen Auto einfach nur Frott. Ja. Die Bremse funktioniert ja nicht mehr. Ja, absolut Pech. Ja. Ne, also, der macht schon Spaß, ähm, aber auch da muss ich sagen, er kommt bei weitem nicht an den fünften Teil ran. Ähm, und eine Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe, die allgemein mit der Reiz zu tun hat, ähm, was ich ja wirklich abtörend finde, ist, dass sie in Deutschland einfach drauf bestehen, wir nennen es Fast and Furious und kleine Zahl hinter. Und in den USA sagt man so Fast Five, das klingt doch geil. Und wir Fast and Furious Fünf, ne? Oder Furious Seven, wir Fast and Furious Seven. Es ist schade. Ich find's schade. Ja, es ist schlecht übersetzt. Deswegen bleiben wir auch, und ich werd penetrant weiter in eure Ohren reindroppen, liebe Hörer, wir sind hier im Fast Cast. Ne, also, da braucht ihr gar nicht überlegen, wie das Ding heißt, das ist der Fast Cast. Ähm, ich wollte eine Sache auch zum Siebten sagen. Ich, ich find das ist, inhaltlich nicht, aber das ist tatsächlich von, von der Emotion her und, und vom Gefühligen ist das schon der rundeste Film, was so den, den Abschluss angeht. Ich glaub, ich hätte danach keinen neuen Film mehr gebraucht. Weil das wirklich das, du hast diese Endszene, da muss man mindestens schlucken, wenn nicht ein Tränchen vergießen. Und das ist schon einfach richtig toll geschrieben, toll gemacht. Ähm, gleichwohl hat das ja, wie ich finde, auch so ein bisschen etabliert, dass Vin Diesel jetzt gar nicht mehr so die, die, die Nummer Uno ist, weil ich weiß nicht, ob ihr es auch so empfindet. Teil 8 ist ja dann von F. Gary Gray. Das ist ohnehin ein relativ guter Kumpel von The Rock, also von Dwayne Johnson. Be cool zusammen gemacht, glaub ich. Ähm, und dementsprechend ist, finde ich gerade in 8, so auch dieser, der Hobbs-Anteil nochmal so, so exponentiell viel größer, der da quasi so seinen eigenen Arc bekommt. Und, äh, so, ich weiß nicht, ob sie es da schon vorbereitet hatten oder angedacht hatten, aber dann ja in der letzten Konsequenz ja auch seinen, seinen Spin-Off zusammen mit Statham bekommt. Und ich, ähm, finde 7 ist emotional besser, ich finde 8 macht mir, aber so rein von dem, was da passiert, weil es wirklich, es wird nur noch Gaga. Es fängt mit dem Kuba-Autorennen an, wo rückwärts gewonnen wird. Es endet mit einem U-Boot-Torpedo, der, ich liebe, woanders hingelegt wird. Die Torpedo-Szene, ich liebe sie einfach. Ja. Das ist mein Lieblings-Jumping-The-Shark-Moment der ganzen Reihe, wenn Dwayne Johnson einfach denkt so, ich muss den Torpedo mal eben kurz umlenken. boah, ne? Es geht alles. Er kann einfach alles. Also, Dwayne Rock Johnson, ja, der ist der Mann. Für mich ist Teil 8 der beste nach Teil 5. Ich mag den unglaublich gerne, der macht mir wirklich auch, heute noch unglaublich Spaß. Das liegt an mehreren Faktoren. Du hast es schon erwähnt, das Zusammenspiel zwischen Statham und Johnson macht einfach Bock. Das war danach nie wieder so gut, auch nicht in dem eigenen Film davon. Da können wir dann gerne gleich zukommen, wie es dazu gekommen ist. Da gibt es ja auch mehrere Geschichten. Charlize Theron als Widersacherin ist einfach nur schön evil und böse. Die hat keinen Charakter, die ist einfach nur, hallo, ich bin böse, denn ich bin böse. Finde ich gut, kann man so machen. Er hat wirklich sehr schöne Actionsequenzen und wie auch schon gesagt, das ist wirklich endgültig der Teil, wo sie einen Fick drauf geben, was realistisch ist. Und ja, ich hatte wirklich im Kino eine Menge Spaß mit dem. Und tatsächlich tut es dem Film auch gut, dass sie natürlich Paul Walker oder Brian O'Connor natürlich auch immer wieder erwähnen, aber das ist mehr so, es wirkt nicht so gezwungen. Du hast natürlich ein, zwei Szenen, aber es ist so, es wirkt so ein bisschen so wie ein Befreiungsschlag. Lass uns jetzt bitte wieder das sein, wofür wir hier sind. Aber ich hatte da dann auch die Befürchtung, aber bis jetzt hat es Gott sei Dank nicht bewahrheitet, weil, ich weiß gar nicht, war der in Teil 6, in Teil 7 auch schon dabei, aber in, nee, aber in Teil 8 gab es ja dann Scott Eastwood. Ja. Und wo ich mir gedacht habe, das sind ja eh die beiden Rollen, wo ich nicht verstanden habe, wieso die jetzt aufgetaucht sind. Zum einen eben die von Kurt Russell, von diesem Mr. Nobody und dann hier Scott Eastwood, wie dann lustigerweise dann als Little Nobody bezeichnet wird, wo ich dann echt irgendwie Sorgen hatte, weil der dann zum Teil auch mitgefahren ist, wenn die dann halt an Vin Diesel aufhalten wollten und ich hatte echt die Befürchtung, dass jetzt Scott Eastwood also als Paul Walker Ersatz herhalten musste. Er hat auch wieder so ein Funny Boy, David auf Wirbung und so weiter. Ja, ich glaube, das war tatsächlich der Plan so von den MacherInnen, aber irgendwie hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich mochte den, ich mag Scott Eastwood eigentlich ganz gerne, aber das hat 0,0 funktioniert. Wobei ich Kurt Russell, Mr. Nobody in 7 Jahren und in 8, den finde ich wieder ganz geil, weil der weiß halt auch genau, worin er ist. Also der hat halt irgendwie eine gewisse Spielfreude in den wenigen, was er machen muss und machen darf und machen kann und das macht schon deutlich mehr Spaß, aber Scott Eastwood ist für mich ein totaler Fremdkörper in diesem Film, der gehört da nicht hin. Ich meine, es gab damals auch die Gerüchte, dass The Rock und ihn an quasi, ich glaube bei Facebook damals noch so, in die Parade gefahren ist von wegen, dass er unprofessorisch oder wie sich dann ja herausstellte, war es nicht Scott Eastwood, sondern es war tatsächlich Winn, den er damit meinte. Aber es hätte auch gepasst, weil wie gesagt, für mich ist Scott Eastwood da irgendwie, passt da nicht rein. Aber können wir mal kurz über das Marketing des Films reden, weil der große Aufhänger vom achten Teil und heilt euch fest und wir waren alle schockiert und waren uns sicher, okay, das wird der neue Hauptbösewicht ist, Dom verrät seine Family. Und das wurde so hardcore durchexerziert und ich sehe es schon vor mir, wie diese Marketing-Wahlproduktion, so wie die gesagt haben, pass auf, wir können das gerne machen, aber es wird keiner glauben, dass du wirklich dann zum Schluss der Bösewicht, doch, das würde ich mit Schauspielern das regieren. Das ist so bescheuert. Aber es ist so, es ist so charmant bescheuert irgendwie. Wie dieser Film hat, hat irgendwie auch Scham und diese ganze Geschichte ist so abstrakt und blödsinnig. Von der Geschichte her ist Teil 8 für mich Fast and Furious in Reinkultur. Ja, es ist halt, also du weißt ja, da wohnt halt dann die Cypher, glaube ich, heißt so, der Charakter von der Chilisa Ronda, wo die halt auf Vin Diesel zugeht und ihn halt dazu bringt, dass er ihr hilft. Du hast ja da schon gesehen, dass er es nicht freiwillig macht und jetzt nicht, weil er jetzt wieder quasi sagt, ja, nö, jetzt nach diesem ganzen Spionagezeug und Welt retten will ich jetzt wieder irgendwelche Sachen klauen, sondern dass das halt nicht freiwillig passiert oder du weißt halt lange Zeit nicht, mit was sie ihn halt erpresst. Ja. Und das ist schon ganz, also du hast das Marketing angesprochen und ich fand das damals gar nicht so ungeschickt. Also natürlich war jedem klar, dass das nicht durchgezogen wird, aber ich finde es gut, dass sie es im Film so andeuten und dann am Ende so durchexerzieren und durchziehen, dass du, also machen Sie es vor, der Grund, dass er mit der Elsa Pataki-Figur aus Teil 5, die da angebandelt haben, ein Kind gezeugt hat, ist natürlich völlig Hanebüchen, aber das ist ja dieser Reihe auch scheißegal und das gehört ja irgendwie dazu. Aber wie es dann alles gemacht wird, was es für Szenen gibt, die auch durchaus intensiv sind, also wo, natürlich, Vin Diesel versucht, ein bisschen von seinem Acting reinzubringen und seine Craft wirken lässt. Die sind aber echt, die wirken irgendwie bei mir. Das muss ich natürlich irgendwie sagen, wenn Kinder im Spiel sind, ist bei mir immer schon ein kleiner, kleiner Joker sozusagen dabei und irgendwie, ich fand das ganz, ganz cool gemacht. Da ist natürlich auch dann noch auf der, auf der Bösewicht-Henchman-Seite der eine Typie da aus Game of Thrones, Christopher Nachnamen kann ich nicht aussprechen, deswegen lasse ich es lieber, der dann auch irgendwie noch so ein bekanntes Fresschen hat und man denkt so, ach guck mal, der ist auch noch dabei und dann darf The Rock viel von seinem persönlichen Kram mit reinbringen, dass er da irgendwie mit seiner Tochter beim Fußballspielen Hacker aufführen lässt. Also es ist halt auch auf Papier her ein viel zu überladender Film, aber irgendwie funktioniert es da für mich. Er hat ja, glaube ich, nun im Directors Cut eine Länge von 130, aber ich glaube auch für die Kinofassung so knapp 120 Minuten, also noch unter der deutlichen 2, 2,5 Stunden Mark. Nee, nee, tatsächlich, die Kinofassung geht 136, der Directors Cut geht 150. Ach, tatsächlich. Ach, dann war das doch bei dem schon so. Aber irgendwie, das ist der letzte, also ich fand bei 9, da kommen wir später noch zu, aber da finde ich, merkst du echt der Film, ich habe das jetzt beim Rewatch gemerkt, du guckst irgendwann und denkst, es ist schon so wenig passiert, es gibt so viele Rückblenden und dann guckst du auf das Display von deinem Player und dann steht da, oh, das waren erst 50 Minuten, das fühlte sich an wie zwei Stunden und das hast du bei 8 nicht. Ja, es gibt ja auch diese Theorie, dass der Grund, warum Vin Diesel da der Bösewicht, also kurz ein bisschen böse wird, ist, weil er die Figur interessanter machen wollte, weil er halt, wie gesagt, Gerüchte, ist irgendwie nicht so richtig verkraftet, dass Dwayne Johnson eben so ein bisschen die Sto schielt, genau, die Show stielt und ich weiß es halt nicht, aber in den letzten paar Jahren, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand Vin Diesel immer irgendwie unsympathisch, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich meine, ich kenne den Mann nicht und der ist vermutlich privat super nett, ja, aber was man so gehört hat und das waren ja diverse Quellen, dass der wohl wirklich dieses Franchise, es ist schon so sein Kind, sein Baby und das beschützt der auch und diese Sache mit The Rock und Jason Statham, wie er dann diesen Hobbs & Shaw gemacht haben, den ich übrigens nicht so geil finde, da hat er, glaube ich, schon ein bisschen Schiss gehabt, dass ihm die Butter vom Brot genommen wird und man muss ja auch sagen, dass der Chris Morgan, der Autor, ja auch gegangen ist, um Hobbs & Shaw zu machen und irgendwie, puh, ich weiß es nicht, also ich freue mich auf Teil 10, sehen, aber, seid mir nicht böse, liebe Vin Diesel Fans, ich habe immer noch das Gefühl, Vin Diesel ist der Einzige, die dieses Franchise so ernst nimmt. Ja, ich kann mich auch ein bisschen daran erinnern, dass Michelle Rodriguez nicht ganz so glücklich war mit ihrer Rolle oder mit dem, was sie denn so machen darf als Letty und da auch ein bisschen kritisch sich äußerte und dann irgendwann gab es dann so ein virales Video, wo sie im Arm von Vin Diesel, ich hätte schon fast von Dominic Toretto gesagt, also im Arm von Vin Diesel sagte und das ist alles toll und wir verstehen uns so gut und dann gibt es bei Screen Junkies den Honest Trailer und dann wird das unterlegt mit dem Sprecher, der sagt, so auf Deutsch übersetzt, und Michelle, wenn du Hilfe brauchst, blink zweimal, also zwinker uns zweimal zu, weil du schon das Gefühl hattest, du hattest vorhin gesagt, das ist sein Kind, das ist sein Baby, es ist auch schon ein bisschen seine Geisel so mittlerweile in das Franchise, also die Methoden, die er glaube ich anwendet, sind nicht so ganz so Mafia-unähnlich, zumindest im Kleinen, also jetzt nicht was Gewalt angeht, aber zumindest was so Intrigen, Intrigantes Verhalten, dann über Öffentlichkeit Dinge kommunizieren, die man über Öffentlichkeitskanäle nicht kommunizieren sollte, das ist schon irgendwie, also du hast, ich bin da voll bei dir, ich finde auch, also ich gucke Fast and Furious ganz sicher nicht wegen Vin Diesel, vor allem, da sind ja auch Leute dabei, die, sei mir ehrlich, außer Fast and Furious nicht mehr viel haben, also Ludacris, macht ja noch Musik, ich weiß es nicht, Tyrese Gibson, ich glaube nicht, war nie ein guter Schauspieler und der, der ist ja als dieser Roman, das ist ja so, der Hofner der Reihe, aber ich glaube, ja, aber halt stopp, er war sensationell gut in Morbius, Ach, der war ja schlimm, der war bei Morbius dabei, ja genau, ich erinnere mich. Ja, der war bei Morbius dabei, das ist ja so. Ich werde mich nie an diese Szene so erinnern, nee doch, fertig, wo gesagt wird so, sie sind ein Vampir, ja, gut, das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ja, stimmt, aber diese Reihe ist so groß und ich glaube, dass ich, Vin Diesel ist schon ein wichtiger Punkt oder Standbein dieser Reihe, aber er ist nicht das alleinige Standbein und ich hatte da das Gefühl, dass er spätestens bei Teil 8 wirklich Muffensausen hatte und nicht, dass mir jemand diese Reihe wegnimmt. Ja, aber sie könnten auch weitermachen ohne ihn, also die Gruppe ist groß genug. Ja, weil, ja, das glaube ich mittlerweile auch. Aber ganz ehrlich, ist doch wirklich so, ich habe bei jedem Schauspieler, also wenn ich mir das angucke bei Teil 8, da gibt es so viele Szenen, wo ich immer das Gefühl habe, ja, die zwinker mir gerade so ein bisschen zu, der Motto, wir meinen das nicht wirklich ernst, ne? Und nur wenn Diesel, der kommt dann so an so, oh, was ist passiert? Wir sind eine Familie. Oscar, zicker, zicker, nee, also Barbecue, genau. Also, ich weiß es nicht. Ich möchte dem Mann ja nichts Schlechtes und man ist auch, wäre auch unfair und, äh, nicht richtig, ihm komplett, zu, das wegzunehmen, dass er für den Erfolg mitverantwortlich ist, weil er hat als Produzent und Star natürlich auch eine große Leistung da vollbracht, gemacht, aber, ja, ähm, ich glaube, wie wir alle jetzt schon mehrfach klargemacht haben, wenn jetzt in Teil 11 heißt, ja, da ist der Winddiesel nicht mehr dabei oder nicht mehr so prominent, da würden wir jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist nicht mehr mein Fast and the Furious, ne? Ja. Selbst GZSZ hat ohne Heiko Richter funktioniert, so. Ja, und selbst Scream 6 hat für uns alle drei, für mich vielleicht am wenigsten, aber hat auch ohne Sidney Campbell funktioniert, also, das hätte er auch keine Ahnung. Nee, Sidney Prescott. Sidney Prescott. Das ist, ihr macht doch meinen Running Gag jetzt nicht kaputt. Ja, als ob das geplant war, lieber Timo, aber kurze Info, wenn ihr mehr davon hören wollt, gehört in unseren Screamcast rein. Dieser Gag wurde von Chris Morgan geschrieben, muss ich an dieser Stelle sagen. Nein. Ähm, wie findet ihr eigentlich Helen Mirren in Teil 8? Die ist ja auch noch dabei. Das war nicht, ich hab dann, ich konnte mich, wo die aufgetaucht ist, wo, wo, das war alles, wo Windietel sich da irgendwie verdrückt hat und dann heimlich mit ihr geredet hat und ich hab die ganze Zeit überlegt, okay, wer ist sie? Weil ich hab mich vorher nicht näher gelesen, welche Rolle sie spielt, deswegen wusste ich es nicht und ich hab dann überhaupt so überlegt, okay, wer, wer könnte sie sein, die Partie in die Reihe rennen und bin dann, aber, und konnte mich dann sogar wirklich auf das Gespräch, nicht konzentrieren, dass sie mit wem Diesel geführt hat, sondern irgendwann hat es Klick gemacht, oh, die ist Engländerin, oh, sie hat auch was von Familie erzählt, oh, sie muss die Mutter von Owen und, ähm, wie hieß der Bruder? Owen und Deckard Show. Owen und Deckard Show sein. Ja, ähm, ähm, tatsächlich fand ich das ganz amüsant, weil sie ja mal in einem Interview gesagt hat, sie würde gerne mehr Actionfilme machen, sie hat ja davor diesen Red gemacht, an der Seite von, äh, Melkovich und Will Willis, und dann hat halt, äh, glaub ich, Vin Diesel das gehört und, äh, sie hat, glaub ich, auch die Reihe gelobt und hat sie halt dann engagiert und ich fand, das war echt ein netter, kleiner Gag, ähm, und, ja, Helen Mirren ist eh toll immer und lass sie halt gerne mal da rum, äh, reden oder auch mal ein Auto fahren. Mittlerweile ist es so ein bisschen, also, ach, da sag ich ihr, vielleicht ist es, tut es der Reihe ganz gut, mal weniger Schauspieler zu nehmen, die bekannt sind, aber ich fand das eigentlich ganz sympathisch. Vorhin sah er ganz witzig, die Idee, also. Hot Take meinerseits, ich glaub, Vin Diesel fährt auf ältere englische Damen ab. Ich möchte hier an Riddick Chroniken eines Kriegers erinnern, da spielt Judy Jens auch mit. Mein Tipp, pass auf, mein Tipp, ähm, am Ende von Teil 10 gibt's ein Throwback zum Tod von Giselle und wir sehen, ermordet hat sie Maggie Smith. Das, du hast das als eine Weltidee, meiner Meinung nach. Ich glaube aber wirklich, ich glaube, das sind die, was für Quentin Tarantino Füße sind, ist für Vin Diesel eine gute englische Dame. Eine etwas ältere, betagtere englische Dame. Jeder hat seinen sehr, sehr Hot Take. Wobei, äh, das schon wirklich, im zehnten Teil spielt Rita Moreno mit, äh, der Star auf den ersten Western-Story-Verfilmungen und die Frau ist, glaube ich, auch schon mindestens 70 und die soll wohl seine Großmutter spielen. Mal schauen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich spiele doch die Oma to Retro, weil die ist doch dann eigentlich da zum Schluss beim Barbecue wieder mit dabei. Oh, Oma, du hier, nackt in der Dusche. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Wie sind wir, wie sind wir dahin gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube übrigens, Rita Moreno ist deutlich älter als 70. Ich glaube, die ist irgendwie noch besser. Jahrgang 31 oder so. Ich weiß ja, je welcher, die Haut ist so süßter als Fleisch. So, machen wir weiter. Mal kurz eine Frage. Nee, vielleicht könnt ihr mir nochmal helfen, weil ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. weil die retten ja dann, also Deckard Shaw wird ja angeblich erschossen, wo mir schon klar war, dass das nicht passiert ist und hätte man das genauer gesehen im Film, dass der dann ja den Sohn rettet da im Flieger, der kommt ja dann so angeflogen und dockt sich da in den Flieger an und rettet ja dann das Baby zusammen mit seinem Bruder und ich habe immer gedacht, hm, ich dachte, der Bruder liegt im Koma. Ja. Also, wo war jetzt die Frage? Ja, wie kam da dieser Bruder wieder? Weil ich habe das nicht mitgekriegt oder haben die das irgendwann noch mal erwähnt, dass der jetzt im Knast sitzt und wenn ja, hat er den aus dem Knast rausgeholt? Ganz ehrlich, das ist eine Frage, die du nicht beantworten brauchst. Ich wiederhole nochmal, er leitet ein Torpedo um. Per Hand. Nee, das war, das war, das war, das war, das war, mir geht es jetzt um Deckarder und Ohr und Ohr. ich wollte dir nur sagen, so, ich glaube, das ist so, das ist so die Art von Realismus, die du eben dann, die da genutzt wird und ich habe schon gesagt, Seifen-Opa und das ist halt so, übrigens, ich lebe wieder. Was? Wo warst du? Nun, ich war auf der Pfalz, ich bin nämlich nebenbei ein Deckarder geworden und jetzt bin ich wieder bei euch. Wie gesagt, also das, also ich, mir war es dann schon klar, okay, wer ist denn der zweite Typ? Ach, das ist wahrscheinlich jetzt der Bruder, aber ich habe mir dann einen Nachgang gedacht, ich dachte, du liegst im Koma. Der Bruder, Luke Evans, nach dem Motto, Fast and Furious benutze ich als Sprungbrett und nachwärts ich einen super Hollywood-Star. Hat nicht geklappt, hallo Fast Furious, seht mich nicht wieder. Ja, da war so kurz mein Realismus-Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, wo kommt jetzt bitte irgendein Show jetzt wieder her? Ja, ja. Aber ich meine, was erwartest du, wenn Chris morgen diese Dinger halt auch immer bis zu Teil 9 alleine geschrieben hat? Da ist halt, also allein im Sinne von, da guckt ja, natürlich gucken da noch Leute übers Drehbuch drüber und schreiben da auch noch mal ein paar Dialoge am Set und so weiter, aber die Ideen scheinen da ja auch originär aus einem Kopf zu kommen und da sagt halt niemand, warte mal im Writers-Room, können wir das wirklich machen? Und dann kommt nicht mal die Antwort, frag nicht, sondern es gibt halt keine, weil er sich das nicht gefragt hat. Er hat gesagt, ja okay, ich bringe das wieder, ich hab da Bock dazu. Ja, muss ich sagen, also ich fand die Szene ja dann auch, also ich weiß, das ist ein bisschen unrealistisch und das macht man nicht mit Kindern, aber wo sich halt dann auch Deckard-Joder mit dem Kind im Arm so durch die, durch das Flugzeug schießt. Vielleicht die beste Szene des ganzen Franchises für mich, weil ich das, das ist total mein Ding, ich liebe solche solche völligen Drüber-Momente. wie schön, dann kriegt er noch Kopfhörer auf mit toller Musik, damit er die Schießereien nicht hört. Funfact übrigens, bei Fate of the Furious wie ja Teil 8 im Original heißt, es steht bei einem IMDB, die Handlung ist derzeit noch unbekannt. Das hab ich in der Recherche rausgefunden. Ich fand es so lustig, dass ich das unbedingt reinbringen wollte. Ich fand es so granatig. Ach ja. Dann müssen wir jetzt ja rein chronologisch zu Hobbs & Shaw kommen und du hattest schon gesagt, er findet ihn nicht so gut. Teresa, wie kannst du denn mit diesem Film, kannst du connecten oder ist das nichts für dich gewesen? Ja, schon. Also ich muss sagen, also meine Arbeitsgruppe und ich haben gesagt, okay, den Film müssen wir uns anschauen. Das haben wir auch gemacht und ich bin halt wirklich mit null Erwartungen in diesen Film gegangen. Ich dachte halt auch, weil ich kannte ja quasi, ich wusste ja, was mich in den Fantasy of the Furious-Filmen erwartet. Und ich dachte, okay, toppen wird es nicht, eher wird es mich unterwältigen. Und bin halt mit null Erwartungen und dafür habe ich damals im Kinosaal echt eine gute Zeit gehabt. Also ich fand den Film im Kino gar nicht so schlecht, weil ich halt einfach mit was viel Schlechterim gerechnet hatte. Deswegen war ich eigentlich ganz überrascht, wie gut mir der Film im Kino gefallen hat. Jetzt zurückblickend, wenn ich den Film irgendwann einmal, vor kurzem habe ich den mal wieder gesehen, habe ich mir gedacht, naja, also so wirklich, da gibt es ja auch dann so Szenen. Also gut, die eine Szene im Kino habe ich damals schon, da ist ja der Torpedo ist ja nix, wenn hier dann, wenn Diesel zum Schluss da irgendwie ein Helikopter mit Autos mit einer Hand quasi am Boden hält. Ja, er hat schon, also so beim zweiten und dritten Rewatch hat der schon deutlich verloren, der Film. Mein Problem bei Hobbs & Shaw ist halt, ich habe ja schon erwähnt, dass bei Fast & Viewers ich immer das Gefühl habe, dass da so ein Augenzwinkler dahinter ist. Aber bei Hobbs & Shaw habe ich das Gefühl, dass sie halt jedes Mal noch so einen Karnevals-Tusch hinterher bringen. Das ist mir einfach zu viel. Und dann taucht da noch irgendwie Kevin Hart auf, dann noch Ryan Reynolds und dann diese Story, die zum einen versucht, dann doch ernst zu sein, aber dann doch nicht. Und die Action, ich meine, David Leitch hat die inszeniert, der ja vom Fach ist, aber die fand ich auch nie so, die ist halt groß, aber nicht wirklich imposant. Und auch, sie sah auch teilweise zu digital aus. Und das ist jetzt keine Vollkatastrophe der Film, aber ich finde, ist bei Fast & Viewers 8 die Kombination Shaw und Hobbs schon am besten, weil sie halt dezidiert genutzt wird und denen nicht halt zwei Stunden lang mit Karnevals-Tusch-Musik aufs Brot geschmiert wird. Das sind halt eigentlich Szenen in dem Film, die mir gefallen zwischen den beiden. und das deutsche Kevin Hart, du hier noch als irgendwie Flugzeugsicherheitstyp da auftaucht, habe ich einen verstanden. Also manches... Ich habe irgendwo gelesen, dass der Film wohl so ein bisschen wirkt, wie Dwayne Johnson, der zeigen will, wie viele bekannte Freunde er hat. Ich habe, ja, ich meine, ich fand's, ich finde die Szene witzig, wenn Ryan Reynolds aufsetzt. Ich dachte, ah, was hast du jetzt bitte schön hier verloren? Es macht null Sinn. Ich gebe euch ein Einrecht, was ihr sagt, aber irgendwie bin ich dann doch der von uns allen am positivsten gestimmte. Das muss an meinem The Rock Fan T-Shirt liegen, was ich gerade auch trage. Aber es ist wirklich so, ich mag das, ich mag eigentlich auch so diese Buddy-Sachen sehr gerne, wenn sie so in Dosen sind. Aber bei den beiden merkst du halt, die haben einfach drauf losgespielt und improvisiert und das ist dann teilweise im Film geblieben und das macht mir unheimlich viel Laune. Ich mag David Leach, glaube ich, auch von uns dreien am liebsten, weil ich sogar mit Atomic Blonde relativ viel anfangen kann. Ich finde, die Filme sehen immer richtig fantastisch aus, so was das Visuelle angeht. Und damit meine ich nicht die Effekte, sondern wirklich so die Farbgebung, das so wie er dreht. Es macht mir echt Laune. Ich gebe aber euch völlig recht, das Drehbuch ist ein Clusterfuck, weil sie auch irgendwie der zweite Akt sollte eigentlich ja der dritte sein und der dritte Akt der zweite und dann haben sie da irgendwie noch das eingebauen wollen und irgendwie haben sie auch im Schnitt dann gemerkt, der Film ist viel zu lang und eigentlich können wir daraus zwei Filme machen. Meiner Meinung nach hätten sie auch zwei Filme daraus machen können und das wäre dann besser gewesen, weil er dann doch seine Längen hat und diese Nummernrevue, da bin ich auch voll bei euch. Die ist zwar lustig, aber irgendwann wird sie halt auch beliebig, vor allem wenn dann Ryan Reynolds auch noch das Ende von Game of Thrones, einfach mal so Spoiler. Idris Elba mag ich als Böseweg total gerne. Und was halt auch bezeichnend ist, das hat mich jetzt auch überrascht, ich meine, der hat 200 Millionen gekostet, das waren immer noch 50 weniger als der Vorgänger, also der Fast & Furious 8, aber der hat in den USA nur 60 eingespielt, das muss ich mal reinziehen, in den USA nur 60, das ist schon echt wenig. Ich glaube, der hat international 760 gemacht, das ist aber dann immer noch locker 300 Millionen weniger als der Vorgänger, aber es war schon, für mich ist es glaube ich so, dass die erste größere Bremse in der Karriere von Dwayne Johnson im Hollywoodstar. Ja, könnte man unterschreiben und gleichzeitig hat sich wahrscheinlich Vin Diesel ins Fäustchen gelacht und gedacht, ja, wenn die da mal auf eigenen Füßen was machen, ohne mich, da seht ihr ja, was dabei herauskommt. Nicht zumindest am heimischen Boxoffice großes, wobei ich glaube, die 60 waren das Veröffnungswochenende, ich glaube, der hat schon so seine 180, 170 in den Starten eingespielt, was natürlich aber noch immer unter Budget ist und du weißt ja, eigentlich musst du ja immer das Doppelte vom Budget erstmal reinbringen, um deine Kosten zu decken. Nicht umsonst, also ich glaube nicht nur aus der volle Drehplan von Dwayne, sondern auch einfach auch vielleicht das Inhaltliche wie auch das vom Kassenerfolg her, jetzt haben wir seit vier Jahren überhaupt nichts mehr von einem Hops and Shore von einem Sequel gehört, was sich durchaus ja inhaltlich angeboten hätte, aber das scheint ja etwas versandet zu sein. Da mag natürlich auch Corona so ein bisschen Ursache oder ein bisschen ein Faktor zu sein, aber ich würde jederzeit wieder einen zweiten Hops and Shore nehmen, wenn sie dann an der einen oder anderen Schraube ein bisschen drehen würden, ein bisschen weniger, ein bisschen konzentrierter das Ganze, aber ich finde das immer noch einen sehr, sehr netten Actionfilm. Wenn es einen guten Teil gibt, wäre ich auch mit dabei, definitiv. Aber ganz ehrlich, was Hops and Shore einfach fehlt, ist das, was wir mit Teil 9 von Fars and Fures wieder zur Menge bekommen, nämlich Family. Familie? Ja. Ja, wo ganz überraschend, nach neuen Teilen kommt er irgendwie, auch wie bei GTSZ, kommt er auf einmal, ach, ich habe ja einen Bruder. Ach, was ich auch vergessen habe zu sagen in den letzten 15 Jahren, ich habe einen Bruder. Jetzt fällt es mir ein. Ich habe einen älteren Bruder. Ach so, und der hat auch noch meinen Vater quasi umgebringt. Genau, und der ist Profi, also, ja, Wessler. Das ist ja ein Zufall, sogar der eine FBI ist ja auch Profi. Ach nee, vergessen Sie es, wir wollen ja nicht den Doppelboden komplett einziehen. Ja, Fast 9, in Corona, einerseits entstanden, dann auch ans Kino gekommen, dementsprechend auch an der Kasse, jetzt mit, ich glaube, 700 Millionen, nicht ganz so erfolgreich wie die Vorgänger, sondern dann doch vom achten Teil ausgehen, fast halbiert die Einnahmen, dennoch irgendwie, gerade international, ein großer Hit, Justin Linz Rückkehr auf den Regiestuhl, Hans Rückkehr in die Story, und ich habe es schon vorhin gesagt, ich finde, der Film ist echt zäh, weil der sich in dieser Rückblenden Revue irgendwie verliert. Ich finde, die könnte man alle schneller abhandeln. Diese ganzen Kleckerweise-Informationen, was denn dieser Jacob alles gemacht hat, finde ich alle total obsolet. Das kann man konzentriert in der fünfminütigen Rückblende am Anfang erzählen und fertig ist. Das Franchise selber wird mir selber so ein bisschen, das ist so ein leichte Hybris. Einerseits, finde ich, übersteigt es so ein bisschen seine Möglichkeiten und hält sich für wahnsinnig schlau und clever und für geil. Und gleichzeitig versucht es dann zum ersten Mal ja so richtig offiziell durch Romans Monologe, glaubt ihr, dass er irgendwie super Kräfte haben? Und dann wird er mit so einem blöden, fadenscheinigen Gag da irgendwie durch den Kakao gezogen. Also dieses, quasi, wir spielen so ein bisschen mit unserem ironischen Brechen, dass wir zeigen, guck mal, wir wissen schon, was wir für einen Quatsch machen. Ja, und dann wird die Reihe irgendwie durch den Allausflug für mich zur Persiflage der eigenen Franchise. Also das Wort, was für mich Teil Deut beschreibt, ist inflationär. Weil sie es wirklich geschafft haben, dieses Jumping-Geschack jetzt hier wirklich zu inflationär zu benutzen. Es ist zu viel. Es fängt damit an, dass sie jetzt mit einem Auto Tarzan spielen. Es fängt damit an, dass plötzlich dieser Bruder auftaucht. Dann die Sache im All. Ich hab's gesehen im Kino und das war ja so auch fast schon so ein Meme, glaub ich, gibt's ja auch dazu. Irgendwann endet Fast and Furious im Weltraum. Jetzt haben die's gemacht und ich saß da und es hat mich so kalt gelassen. Es war mir wirklich vollkommen egal. Es hat mich nicht gestört, es hat mich nicht aufgeregt, es hat mich nicht begeistert. Ich saß da, ja, sind sie jetzt im All. Das ist jetzt so, boah, ja, und jetzt, ja, so gut. Also, es ist ganz seltsam. Ich sage nicht, dass der für mich schlecht ist, aber irgendwie ist es so too much. Es ist einfach too much. Ja, ich weiß, was meinst du, sie haben es mit allen heute irgendwie übertrieben und wo ich heute Abend meine Probleme hatte, ist, also, einerseits hat es mich gefreut, dass irgendwie Han wieder dabei ist. Ich hätte es aber auch nicht gebraucht und ich fand halt auch die Erklärung sehr unlogisch, weil ich habe jetzt den Unfall in Teil 3 gesehen, in Teil 7 und jetzt in, oder Teil 6 und Teil 7 und jetzt hier wieder und das schaut halt jedes Mal anders aus, dieser Unfall. und was mich auch gestört hat, ist, da kann immer jeder alles. Auf einmal kann jeder irgendwie einen Computer bedienen und irgendwas hacken, dann haben die ja dann nachher diese Supermagneten durch nachher in die Autos eingebaut, wo die dann immer so einen Schalter haben und selbst wenn dann eben der Bruder von Vin Diesel dann auch in dem Auto drin ist, der kann sofort, weiß ja, wie er das Ding schalten muss, damit dieser Magnet funktioniert, wo ich mir gedacht habe, boah, da kann immer jeder alles. Aber dieser Jacob ist ja ein super, 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 wie Pep Guardiola sagen würde, super, 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 super Agent, der kann ja auch wirklich alles. Nachdem ihm Dom einfach gesagt hat, wir fahren jetzt ein Rennen und du musst die Stadt verlassen und nie wieder zurückkehren, wenn ich das gewinne, voll gute Idee, als großer Bruder das mit seinem kleinen Bruder zu machen. Ja, was ich dem Film aber am meisten Vorhalt ist folgendes, der baut diesen Disput zwischen den beiden Brüdern so dermaßen auf und du wartest darauf, dass jetzt dieser große Schlagabtausch kommt, und dann ist das so puff. Da ist es immer so, aua, aua, du hast mich gehauen, du hast mich gehauen, jetzt hau ich auch einmal zurück und dann war es das. Das fand ich so enttäuschend. Der hat auch, finde ich, hat er drei oder vier Bösewichte, das weiß ich nämlich immer gar nicht mehr, weil er natürlich, Jacob soll so Bösewicht sein, aber da merkst du auch aufgrund der John Cena Fanbase, den wollen wir schon im Franchise halten, und der soll ja so ein bisschen den Platz von The Rock einnehmen, deswegen muss der natürlich irgendwann quasi wie beim Wrestling, muss er zum Face turnen. Ey, der hat ja dann noch diesen Geldgebertypen dort, der den ja dann verrät, weswegen er dann überhaupt wieder zu seinem Bruder kommt und sagt, ich mach jetzt bei euch mit. Die anderen haben mich auf dem Team... Das ist nämlich die weirdeste Figur. Die anderen haben mich aus dem Team geschmissen, jetzt komm ich wieder zu euch. Darf ich bei euch mitspielen? Genau, Otto. Dann hat der Cypher im Hannibalector Gedächtniskäfig da, irgendwie, die da trotzdem schaltet und waltet, weil die mit Otto da irgendwie integriert und da, ich weiß es nicht. Ja. Dann kommt natürlich, ey, Lukas Black ist wieder dabei. Und Lil Bow Wow ist wieder dabei. Entschuldigung, wir müssen das mal richtig stellen. Er heißt jetzt nur noch Bow Wow. Oh, richtig. Ja, stimmt. Er ist erwachsen worden, das ist nicht mehr Little. Ja. They used to call me Little Bow Wow, now I'm Big Bow Wow, sozusagen, ja. Da muss ich sagen, das fand ich ja irgendwie witzig, aber irgendwie fand ich das ein bisschen, also wie die deutsche Lukas Black, also die Rolle, also im Vergleich zum Teil 3, haben die jetzt da in dem Teil, Teil 9, eben so eine Art Nerd irgendwie gemacht, der sich irgendwie einen Spaß draus machte, irgendwelche Raketen zu bauen. By the way, die Szene spielt in Köln und die wurde auch wirklich in Köln gedreht. Das möchte ich ja sagen. Es schaut auch aus wie Köln, so ein grauer Duster. Wahrscheinlich, ich muss mal beim Abspann nochmal darauf achten, wahrscheinlich schön Filmförderung Deutschland abgegriffen da. Vermutlich. Großer Major-V-Universal. Naja. Irgendwie, also ich möchte den Leuten total wirklich gerne mögen, weil der hat so ein paar Sachen, die ich mag. Ich mag John Cena, ich finde, der hat ähnlich wie The Rock oder auch Dave Bautista, das sind ja alles Wrestler oder Ex-Wrestler, die sind vielleicht nicht die besten Schauspieler, aber sie haben halt Charisma, die haben eine Ausstrahlung und das hat auch John Cena in dem Teil. Ich finde es auch bei dem recht okay, dass er jetzt der Gute ist, denn ich könnte mir vorstellen, das ist eine gute Erweiterung oder Bereicherung fürs Team, aber irgendwie ansonsten ist das echt ein Film, der so an einem vorbeirauscht. Beirauscht. Es ist halt irgendwie das Gefühl, wirklich so viel, was da unterkommen soll, also diese ganze Story und dann auch die ganzen Schauspieler, auch wenn es mich heute freut, wenn man die aus Teil 3 da wieder sieht, aber so quasi dann dieser Kurzauftritt hier von Helen Mirren und von ihrer Rolle, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, das muss das auch noch mit unter, das ist halt irgendwie wie so ein Apart, und der braucht jetzt einen Cameo-Auftritt, der noch und der noch und der noch, das ist halt einfach alles so viel, so quasi, dass die gar nicht mehr auf die Story achten, sondern einfach nur nur schauen, dass die jeden Charakter unterkriegen. Ich könnte ja immer noch bei allen Teilen sagen, worum es geht, um welches MacGuffin bei Teil 9. Und ich habe heute, ich sage es nochmal, ich habe heute den Rewatch gestartet, aber noch nicht beendet. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Bei Teil 9 hast du auch wieder irgendein Gerät, das dann wieder irgendwie die ganzen Satelliten irgendwie beeinflussen kann, oder irgendwie so ein, das hat auch wieder irgendeinen speziellen Namen, aber den Namen habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ja, ich meine aber auch wirklich, was das kann, das habe ich vergessen, was das ist, und wer das gebaut ist, alles, in diesem Film halte ich alles für egal, und ich widerspreche es auch wirklich ungerne. Ich finde John Cena hier richtig schlecht und schwach, weil er nicht das machen darf, was er kann, nämlich so mit diesem Augenzwinkern was spielen. Witzig sein, er muss halt bierernst pathetisch sein, und das kann er wirklich nicht so gut. Das war schon in seiner Wrestling-Karriere nicht gerade seine beliebteste Nummer, die auch bei den Fans immer dafür gesagt hat, dass der zu Holzschnitt-Arty ist, und das ist bei diesem Film auch, finde ich, das größte Problem. Er darf halt nicht wie Peacemaker sein, sondern er darf, er soll irgendwie so larger than life pathetisch sein. Deswegen hat das für mich überhaupt nicht funktioniert, weil John Cena ist halt auch nicht so ein guter Schauspieler leider in dem Falle. Wenn er ironisch sprechen darf, ist er total gut, aber da fand ich ihn wirklich nicht gut eingebunden in das, was er machen soll. Ich bin jetzt beleidigt, weil mein Bruder hat mich verstoßen, ich muss jetzt die Stadt verlassen, und jetzt laufe ich zu dem Bösen über, weil mein Bruder mich nicht mehr mag, deswegen habe ich jetzt nur noch die Chance, auf der dunklen Seite zu stehen. Ich sage mal so, dass das den Timo mehr aufregt, ist klar, weil Theresa und ich sind Einzelkinder, aber der Timo hat einen Bruder, deswegen. Ja, ich habe einen großen Bruder, ich bin quasi der Jacob. Ich finde aber irgendwie, sie haben auch keine Ähnlichkeit, oder? Also wenn du so John Cena und Ben Diesel siehst, denkst du nicht sofort so, oh, die können Bruder spielen. Nee, denkst du eher so, okay, der eine ist halt John Cena, und der andere ist Ben Diesel. Der andere hat mehr vom Vater, der andere hat mehr von der Mutter. Ja. Dann haben sie noch so eine hübsche Schwester, die auch wieder vorkommt, was ich eigentlich sehr nett fand, dass das noch nie wieder sieht. Ja, wobei, da haben sie auch schon wieder angefangen, dieser Paul Walker, die Tragödie so ein bisschen wieder auszugraben. Das fand ich dann echt ein bisschen arg und sexy. Und angeblich würde es... Ja, Brian ist der Familienvater, der sich jetzt quasi um seine zwei Kinder kümmert, und auch noch um Little Brian, den Sohn von Dom, weil die alle anderen ja auf Mission sind. Wo ist es eigentlich um Kinder? Brian macht es. Ich stelle mir jetzt ernsthaft vor, dass es wirklich in dieser Welt, und war so viel, jetzt muss es ja wirklich so sein, dass Brian O'Connor nur als Hausmann agiert. Ich sehe den mit Schürze da stehen, weißt du, und oh, das Fläschchen muss so warm gemacht werden. Also... Na ja. Ach, das würde ich mir vielleicht in Teilen sogar lieber ansehen. Natürlich geht das nicht, das weiß ich auch, aber als das, was teilweise in Teilen neun passiert. Also diese ganzen Action-Sachen habe ich... Also die Ideen wirken dann auch einfach nicht mehr neu. Sie wirken... Gerade das mit Magneten habe ich in einem Film, der wirklich ja nicht bei den Kritikern wegkommt. Gut, wegkommt, aber ich fand das in Six Underground viel geiler, wie das gemacht war. Und da irgendwie... Der hat kein schönes Color-Grading, der sieht deswegen... Sehen ganz viele Sachen, die dann praktisch gemacht wurden, sehen aus wie Effekt, weil das alles so in so einem breigen Gelbstich versackt und versandet. Und diese Rückblenden... Ich bleibe wieder bei den Rückblenden, ey. Kürze diese Rückblenden raus, mach da 20 Minuten weniger von, denn gefühlt sind das 20 Minuten. Ich brauche nicht Young Letty, ich brauche nicht Young Jacob. Ohne die Rückblenden wäre es nicht unterhaltsam, wäre es nur platt. Ja. Das ist das richtig. Was mich jetzt arg stört hat, aber da kommt jetzt wieder kurz mehr Realismus durch. Ich habe nicht verstanden, warum die Bösen das tun wollen, was sie tun, hier nämlich die Welt zu stören. Das habe ich noch nie verstanden. Weil es Böse sind. Da packst du immer den Butler Alfred aus und sagst, einige wollen die Welt einfach brennen sehen. Ja. Aber ich sehe, dieser Charakter Otto ist halt auch so ein Otto, weil der ist halt so egal. Also pfff. Er wird ja dann eben nachher eben geführt hier von Cypher, obwohl die halt in dem Glaskewis ist, ist die halt immer noch sehr gefährlich. Aber das fand ich halt auch so komisch, also dass so diese Bösewichter, also es sollen drei Bösewichter sein, aber irgendwie der eine wechselt an die Seite, Otto, glaube ich, stirbt und Cypher zieht dann irgendwie von dannen. Also die hat der andere wirklich, also es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Teilen kommen, aber... Ganz ehrlich, dieser Otto ist eine Figur, die selbst im Film gar nicht registriert, dass er der Bösewicht ist, weil er es selbst vergisst. Also es ist so nun und nichtig. Keiner wird sich mehr an diese Figur erinnern. Ich glaube, selbst der Schauspieler weiß gar nicht, dass sie die Rolle hier gespielt hat. Also bei ihm hat es überhaupt, man hat so den Gedanken, er ist jetzt so ein verwöhnter, reicher, einfach Sohn eines Reichen und anscheinend hat Papa ihn nicht mehr lieb und deswegen wird jetzt die Welt zerstören. Ja, das ist vollkommen irrelevant. Was, glaube ich, die Leute mehr aufgeregt hat und interessiert hat, war natürlich das, und jetzt sage ich es, Justice for Han. Und es wurde ja wirklich ganz mit der groben Qualität gesagt, in diesem Teil, ja, da gibt es endlich Justice for Han. Und was kam? Nichts kam. Es gab eine Mid-Credit-Scene, wo dann Han vor Jason Statham stand und ich mir gefragt habe, was soll denn jetzt passieren? Das ist halt Han, der frisst irgendwie gefühlt drei Tüten Chips am Tag gegen Jason Statham, der mit der linken Augenbraue Leute umbringen kann. Äh, aber gut, die Leute wollen es wohl angeblich sehen und angeblich ist es im zehnten Teil auch wirklich so, kommt es da dazu, dass sich Han wohl auch mal mit ein paar Schlägen an Deckard Schauer rächen kann. Und ich sage nur so, warum? Wer braucht das? War das nicht, ich erinnere mich in dieser Post-Credit-Scene so, bevor Han kam, dass Deckard Schauer so quasi trainiert hat und auf den Box-Sack eingeschlagen hat, wo er aber halt kein Schaumstoff drin war, sondern ein Mensch. Ja, das, äh, ja. Und dann halt eben Han, ne? Also Mr. Pringel gegen Mr. Eisenkante. Ja, viel Spaß. Und das ist halt dann an letzter Konsequenz, wenn man dann Hobbs und Schauer mit zum Kanon zählt, ist, was ist es denn dann jetzt am Ende? Ja. Also, ist das jetzt einer der Bösen in dem Sack oder ist das jetzt ein Guter und Deckard Schauer ist jetzt doch wieder irgendwie, das macht halt wahrscheinlich hin und vorne alles gar keinen Sinn. Das macht echt gar keinen Sinn, weil er wird halt teilweise so eingeführt, jetzt in den letzten Teilen, dass Deckard Schauer wirklich ein Guter ist, aber ein Guter steckt niemand in den Sand, zack und bolzt drauf. Ne, das ist... Ne, das weiß man spätestens seit Tomorrow, ne, seit dein Another Day, das hat der Bond-Bösewicht da ja auch gemacht. Apropos. Ja. Welcher ist denn euer Lieblingsbösewicht? Mit kurzer Antwort und Begründung bitte. Theresia fängt mal an. Ah, liebster Bösewicht. Ähm, also es wäre schon auch Deckard Schauer eigentlich, wenn sie halt aus dem, also wenn sie bei dem heute den Bösen belassen hätten, weil ich fand ihn eigentlich ganz cool, wie wir schon gesagt haben, wie der in Teil 7 eingeführt, geworden ist, aber hier Frauenpower, ich finde auch, ähm, die Rolle von, ähm, Charlize Theron ebenso, die ist einfach nur gemein. Die hat nichts Nettes an sich, die ist einfach nur gemein und ich mag die eigentlich auch so als Gegenspieler. Und Stu, welcher ist dein Lieblingsbösewicht oder deine Lieblingsbösewichtin? Seitdem du diese Frage gestellt hast, gerade das in meinem Gehirn rauf und runter, äh, tatsächlich namentlich, glaube ich, kann ich dir nur Cypher nennen, ähm, und da hab ich ja schon gesagt, ich mag die, aber pass auf, ich mach jetzt einen sogenannten Hot Take, ich geh in die Zukunft und ich kann mir vorstellen, dass Jason Momoa, als, ich sag nach Dante, vielleicht wirklich das Zeug hat, endlich mal einen Bösewicht abzugeben, der zum einen böse bleibt und der erinnerungswürdig ist, denn, ähm, du hast ja den, ich darstelle den Namen, hab ich vergessen, aus Fast 5 erwähnt, aber auch da muss ich sagen, boah, da könnte man auch einen Blumentopf hinstellen, das wäre, glaube ich, das hätte dasselbe Ergebnis gehabt, ähm, die Bösewichte waren noch nie so die Stärke und wenn sie stark waren, dann, oder eine starke Ausstrahlung hatten, wurden sie immer zum Guten bekehrt, deswegen ist mein Pick Jason Momoa in Teil 10 und ich hoffe sehr, lieber Jason, wenn du das hier hörst, enttäuscht mich nicht. Ja, meiner ist billigerweise Vin Diesel in Teil 1, ich fand das, also für mich ist der Nomineer ja der Böse, weil er die, diese fiesen, unheimlich wertvollen DVD-Player glaubt und deswegen, deswegen ist für mich Vin Diesel absolut die Nummer 1, knapp gefolgt von Decatur, aber du hast es auch, wie die Faust aufs Auge, wie, wie der, wie der Einflussstutzen beim Tanken, hast du, die Bösewichte sind echt immer egal, deswegen gibt es ja auch meistens zwei bis drei pro Film, das ist, ich setze auch auf Dante, der ja ein Inferno, also Dante's Inferno, mal gucken, wie oft das im Film vorkommt, der wird ein Inferno zünden und ich bin gespannt, ich hab ja so die leise Vorahnung, wenn ich die Synapsis richtig verstanden habe, das, ach nee, wir wollen nicht spoilern für den Zehnten, den wir auch noch gar nicht gesehen haben, den lassen wir lieber, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein tricky Move, der da gemacht wird. Ja, aber er ist ja ein Verwandter von einem alten Bösewicht, das wird ja auch im Trailer verraten, also da muss man ja nicht, ja. Ja, das sieht man schon auf, und sie haben sich halt, ja, nee, es ist zu viel gesagt, weil ich würde, nee, schneid es einfach raus. Ja, du machst heute mir aber Überleitung, Theresa, die kann ich nicht liegen lassen, welche Figur würdet ihr denn, also nicht rausschneiden, aber welche dürfte denn an den Rand fahren, auf welche Figur könntet ihr in Zehn verzichten? Also wenn sie, auch wenn sie jetzt teilnimmt, ihr würdet sagen, nee, also das brauche ich nicht mehr. Also, ich bin auf Wikipedia, von Fast and Furious Zehn, und gehe die Besetzungsliste durch, die ist sehr lang bereits, ähm, ich hab zwar jetzt einiges Böses über Vin Diesel gesagt, aber komm, lasst ihn mal drin, äh, Letty auch, Tyrese Gibson und Ludacris, die haben halt so eine Ernie und Bert Dynamik, die will ich dem Film auch nicht nehmen. Mia Toretto ist so, boah, ja, kann weg, bei, äh, äh, Han, ich, ja, komm, für die Fans lassen wir ihn drin, Natalie Emanuel als Ramsey, das ist ja diese, diese, diese Hackerin, das ist ja, man kann ja die Figuren bei Fast and Furious aus dem Team auch sagen, über ihre Tätigkeit, ne, also wir haben das Lustige verdoppelt, hier Ludacris und Tyrese Gibson, und Ramsey ist einfach die Hackerin, und, ich, ich glaube einfach, die können halt eh alles, das heißt, äh, da reicht es glaube ich auch aus, wenn Ludacris Figur für drei Tage in den VHS-Kurs geht, Hacken, Hacking, und dann kann er das gleiche wie Ramsey, von daher, man muss ja sagen, vorher hat ja, vorher war ja Tash quasi das, was jetzt hat Ramsey, nur Ramsey ist halt besser. Ja, siehst du mal, und, ähm, ich, nichts gegen die Frau eben, wobei, ah, Frauenquote, ne, da muss man auch, ja, ähm, oh, das ist echt schwer, oh Gott, dann, dann sage ich Han, so, ich habe es gesagt, ich denke mich fest, ich will Han raus haben, ich brauche Han nicht. Also ich bin gespannt, weil in Teil 10 ist jetzt ja auch wieder hier Little Nobody dabei, also Scott Eastwood, ich bin gespannt, wie der sich in einem Film macht, weil ansonsten könnte ich jetzt auf den verzichten. Wobei ich glaube, das ist wieder so eine Sache so, hallo, kennt ihr mich noch aus Fast für 7? Jaja, tschüss. Ja, und wobei ich sagen muss, ja, also die Kombi, ähm, Tash und Roman, das ist schon ganz gut, aber in den letzten Teilen hat mich Roman zum Teil sehr hart genervt, mit seinen Sprüchen. Ja, dann empfehle ich ihr Morbius, da ist er wesentlich dezenter in seinem Spiel. Ja, er ist immer wirklich der, der auffallen muss. Also ich fand sie da, ich glaube in Teil 7 und in Teil 8 war es dann, wo alle sich ein funktionelles Auto ausgesucht haben und er sich den knallorangen Superflitzer. Ach ja, stimmt. Ich würde auch Nathalie Emmanuel rausnehmen. Ich finde, also bei aller Liebe für Game of Thrones Fans und ich mag die ja auch irgendwie, also die ist okay als Schauspielerin, aber ihr braucht es halt null. War schon in, als Ramsey in 7, dass sie die da rausholen mussten. Weil ganz ehrlich, wenn du dir die Augen schließt und dir das Team oder die Family vorstellst, dann fällt sie glaube ich immer weg. Die hast du dann nie wirklich vor Augen. Das stimmt schon, ja. Die soll entweder mit Tash dann auch zusammenkommen oder halt nicht, weil dann kann sie auch, finde ich, Ich sag dir, Roman und Tash, die sind ein Liebespaar. Die sollen zusammen. Das ist eine Bromance, die so Romans wird. Das ist mein, das möchte ich gerne. Gut, das halten wir mal als hottest Take des Abends vielleicht fest. Ja. Würde ich mal sagen. Eine Sache noch, wir reden ja schon über den zehnten Teil, den wir ja noch sehen werden und wir warten ja auch eine sehr, wahrscheinlich ausführliche Besprechung dann auch zum zehnten Teil, die, by the way, es sei erwähnt, erst kurz nach Kino-Start erscheinen wird. Wollen wir trotzdem mal kurz anreden oder ansprechen, dass es ja doch was passiert ist bei den Dreharbeiten, was nicht so alltäglich ist? Und ich sag hier Stichwort Regisseur. Ja, das sollten wir definitiv tun, denn es war eigentlich gesetzt, dass Justin Lin den Abschluss der Reihe inszeniert und bei Teil 10 und 11 auf dem Regiestuhl Platz nimmt und dann ist kurz nach Beginn der Dreharbeiten der Gute wegen der berühmt-berüchtigten kreativen Differenzen ausgeschieden und musste Platz machen und durfte Platz machen für Louis Lettrier, den Regisseur von Incredible Hulk beispielsweise oder von Kampf der Titan. Oder Transporter mit Jason Seven. Richtig. Ja, da ist auch wieder ein BFF in die Reihe reingezogen. Mal gucken, wie gut Vin Diesel das gefällt. Nimm das, Vin. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Luft zwischen Justin Lin und Vin Diesel wohl nicht die beste gewesen ist, was schon schade ist, denn Justin Lin hat für mich einer der Hauptverantwortlichen, warum die Reihe so erfolgreich gewesen ist. Er hat den dritten und vierten okay, aber er hat ja wirklich für diese neuen Impulse gesorgt mit Teil 5, wie wir es schon mehrfach festgehalten haben, den wirklich besten Teil der Reihe gedreht. Das ist so immer noch das Epizentrum für mich. Und es hat mich auch gefreut, dass er zurückkehrt, auch wenn ich mit Teil 9 nicht ganz so zufrieden war. Und ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht war Teil 9 schon so, dass man es vielleicht gemerkt hat, dass er auch keinen Bock mehr drauf hatte und vielleicht, dass es da auch schon Spannungen hinter der Kamera gab. Denn wenn du halt so einen Mann wie Justin Lin hast, der halt mehrfach bewiesen hat, wie wichtig er für das Franchise ist und wie gut er für den Franchise auch tut, und du den dann einfach während der Dreharbeiten, kurz nach der Dreharbeiten einfach rauswirfst oder dass er ihn gehen lässt, zeigt das schon sehr deutlich, dass da echt irgendwas sehr schief gelaufen ist. Was denkst du dazu, Theresia? Ich sage noch nichts. Ich bin noch nicht so tief drin in den Hintergründen wie ihr wahrscheinlich. Aber ja, es ist schon sehr, sehr seltsam, wenn er dann halt mitten, also wenn ich dann angefangen habe und dass dann auf einmal hier der Regisseur ausgetauscht ist und ja, wer weiß, was da halt für Differenzen dann eben vorgelegt sind und das ist, und ich muss auch sagen, also die Filme, die hat Justin Lin gemacht für die Reihe, die waren halt wirklich sehr positiv oder fand ich halt wirklich sehr gut und ich muss jetzt auch noch mal erwähnen, wie gut das Teil 5 ist. Aber ja, aber ich glaube, der Louis Leterrier, der macht dann, der hat ja auch Action-Erfahrung, der wird das dann schon auch gut machen und das ist halt dann, du musstest dich ja an die Scharfe drauf einstellen. Ich glaube, es ist nicht so einfach, mittendrin dann den Regie-Posten auszutauschen oder vielleicht auch keine gute Idee. Also es ist zumindest positiv, dass sie den Regisseur geholt haben, der auch Erfahrung mit Action hat, denn es heißt ja auch immer, Action wird hauptsächlich von der Second Unit gemacht. Das sieht man zum Beispiel immer gut an Christopher Nolan, der ein guter Regisseur ist, aber nicht gut in Action ist. Das ist leider so. Und der dreht halt nie mit Second Unit. Das hat er immer tun. Deswegen, ich sehe, also ich glaube, dass Teil 10 wieder richtig tolle Action-Szenen haben wird, ganz klar. Aber irgendwie unterstreicht es für mich diese ganze Sache, dass wenn diese vielleicht echt ein Unsinnpart ist. Also es weiß nicht. Also ich wollte nur sagen, so aus einem ganz simplen menschlichen Standpunkt, ich sehe Vin Diesel und ich denke mir so, boah, der ist mir irgendwie unsympathisch. Also ganz komisch. Und früher war es so, ich sehe Vin Diesel und dachte so, ja, das ist Vin Diesel. Ja, du weißt halt nicht, was im Hintergrund ist, aber es ist halt jetzt nicht, also man hört halt diese Gerüche zum ersten Mal und dann gab es ja halt eben auch diese Probleme zwischen ihm und The Rock und jetzt auch noch zwischen ihm und dem Regisseur. Also so ganz abwegig ist es halt nicht, aber man weiß halt nicht, was da hinter den Kulissen besprochen worden ist. Ja, ich meine, du machst ja halt das Denkmal hinter der Kamera, dass wir alle so dicke sind und jetzt muss man wirklich sagen, es gibt ja Interviews, die abgebrochen wurden, weil Vin Diesel nicht mehr reden konnte, wenn es ums Thema Paul Walker geht. Also weil der wirklich, die waren gut befreundet. Vielleicht nicht so dick wie Dom und Brian als Charaktere, aber die waren schon mehr als Kollegen und irgendwie kratzt er mit jeder, mit jeder Eskapade am Set. Also erst der Beef mit Dwayne Johnson, jetzt das Ausscheiden von Justin Lin während der laufenden Dreharbeiten. Das kratzt natürlich total an diesem Ideal, dass die alle auch so eine große Familie hinter der Kamera sind und ich glaube, In jeder Familie kracht es amoi. Ja, aber so sehr, dass du während eines, wir haben es ja nun wirklich recherchiert, eines mehr als 300 Millionen Dollar schweren Projekts als Produzent sagst, ja dann geh doch. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig und gleichzeitig ist du und ich sagen ja immer ganz gerne den Satz, das ist ein solider Handwerker. Wenn Justin Lin ein solider Handwerker ist, dann ist Louis Leterrier ein Handwerker. Und das ist wirklich dann im schlechten Wortsinn gemeint, dann ist der ein Handwerker. Also der ist halt, der hat keine Handschrift, würde ich mal sagen. Der hat keine Stilistik, die sich einbringt, sondern der macht halt, der kann Action abfilmen und der Rest mal gucken. Und so die ersten Trailer, die ich gesehen habe, was so gerade das CGI angeht, da bin ich echt skeptisch, was Szenen angeht. Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt und es ist wohl mittlerweile bestätigt, dass der Justin Lin wohl gegangen ist, auch weil er keinen Bock mehr hatte, weil Vin Diesel wohl ständig das Drehbuch wohl umgearbeitet hat. und andererseits muss ich auch sagen, Justin ist wohl auch gegangen, weil Universal von sich aus gesagt hat, du, wir haben hier Leute, die möchten, die sollen die Dialoge noch ein bisschen bearbeiten und was vielleicht an und für sich nicht schlecht ist, wenn man sich die Dialoge von Fast and Furious sonst so anhört. Auf der anderen Seite, dieses Drehbuch hat jetzt natürlich jetzt nicht mehr Chris Morgan gemacht, der hat ja glaube ich seit Fast and Furious Hauptsumschau nicht mehr für die Reihe geschrieben, sondern ein gewisser Dan Moseau und der hat drei Credits neben Fast 10, der hat noch Damsel, das ist so ein Netflix-Film, der kommt dieses Jahr mit Millie Bobby Brown und 2012 Wrath of the Titans von Jonathan Liebesman, genau, das war, ja, 200 Titanen, so hieß er, genau. Also, andererseits, wer erwartet auch Shakespeare von Teil 10, ne? Es ist halt schon spannend, dass Justin Lin ja noch einen Story- und Screenplay-Credit kriegen wird, also das scheint ja dann noch irgendwie so zu sein, dass da viel von ihm inhaltlich drin ist oder zumindest das rein rechtlich und von den Gewerkschaften verlangt wird, dass er noch genannt wird, aber ich bin echt, also wir wissen das alle, die Story war noch nie die Stärke dieses Franchises, nun kann natürlich so ein Schreiberling wie der Maseau kann natürlich auch mal als vielleicht Emporkömmling jetzt auf einmal was halbwegs Vernünftiges generieren und wir haben es ja schon gesagt, er nimmt natürlich Anleihen beim fünften Teil, indem er den Bösewicht aus dem fünften Teil quasi generieren wird, aber ich bin wirklich zum ersten Mal sehr skeptisch, weil ich glaube, man wird mir den Spaß irgendwie, ich fürchte, man könnte mir den nehmen und da ist dann natürlich der gute Vin Diesel nicht ganz schuldlos nach seinen ganzen Dingen, die er da offscreen gemacht hat. Wir haben hier das große Glück und dürfen ihn halt eben vorab, was heißt vorab, ist nicht so, dass wir den jetzt Wochenvorab sehen können, sondern glaube ich sechs Stunden vor Kino starten. Ja, aber ich weiß aus Erfahrung, was das bei den Pressevorstellungen der Fast and Furious Filme wird immer gerne und viel Bier ausgegeben und je nachdem, also ich muss ja nicht fahren und deswegen könnte es sein, dass ich dann vielleicht doch meinen Spaß habe, also ich hoffe es einfach mal, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr jetzt mutmaßen, weil letztlich weiß ich erst dann, wie der Film ist, so wie ich ihn finde, wenn ich ihn gesehen habe. Ich freue mich drauf, wenn er halt schlecht wird, dann ist er schlecht, wenn er mittelmäßig wird, dann wird er mittelmäßig, wenn er super wird, wird er super. Ich bin dann vielleicht, obwohl ich die Reihe mag, dann doch zu leidenschaftslos. Also es wird mir nicht das Herz zerbrechen, wenn der Film jetzt kacke wird. Ja. Eine Frage, oder wie ihr dazu steht, hätte ich noch. Ja, immer gerne. Am Ende von Teil neun war ja wieder diese große Grillszene hier bei Dom zu Hause, die haben ja dieses Haus wieder aufgebaut offensichtlich, nachdem sie in Luft gejagt worden ist. Und zum Schluss sieht man ja dann hier noch, einen Platz fehlt noch und dann hört man ja ein Auto heran raus und man weiß ja, okay, das ist jetzt Brian, aber man sieht ihn halt nicht. Glaubt ihr, dass wir Brian nochmal sehen und es ist nicht nur die Rückblenden jetzt in Teil 5? Das ist das große Problem. Ich habe hier irgendwie die Vorahnung, dass es vielleicht das, der große Grund war, warum Justin Lin und Vin Diesel sich verkracht haben. Ich finde es, oder fände es scheiße, wenn wir Paul Walker wiedersehen würden als CGI-Dummy. Ich fände es nicht gut. Ich kann verstehen, dass sie seine Figur aus Ehrerbietung nicht sterben haben lassen wollen. Finde ich okay. Aber es wäre für mich ausreichend gewesen, wenn da in jedem Teil mal gesagt worden wäre, wo ist eigentlich, wo ist Brian? Ja, der kann nicht, der macht Babysitting. Oder ja, der ist gerade Mutter-Kind-Kuh oder sowas. Das wäre für mich absolut okay. Aber ihn jetzt so zwanghaft wieder rein zu zwängen, nee, finde ich uncool. Ich finde es, naja, es wird den emotionalen Punch des siebten Teils sich zerstören, aber es, ganz ehrlich, es riecht halt auch einfach total nach Cash Cow. Ich glaube, Vin Diesel, dass die echt total gute Buddies waren und sich wirklich als Freunde wirklich geliebt haben. Aber für mich wirkt es so, komm, das wollen die Leute sehen, wir bringen ihn jetzt zurück. und ich fände es echt total unpassend. Und es würde mich, glaube ich, auch stören. Ich glaube, sie bringen ihn nicht vollständig zurück. Also ich glaube nicht, dass viel passieren wird. Ich bin maximal bei, ne, Entschuldigung, aber sie bringen ihn nicht vollständig zurück. Guck mal hier, ein Arm. Naja. Vielleicht gibt es zum Beispiel so ein Videotelefonat oder sowas. Ja, ich muss auch sagen, ich habe das irgendwann mal gelesen. Ich glaube, die waren wirklich eng. Ich glaube auch, meine gelesen haben, dass Vin Diesel der Taufpate ist von seiner Tochter. Aber ja, also ich bin mir unsicher. Also einerseits könnte ich mir vorstellen, dass sie es heute tun wollen, weil es heute so diese Abschlusserei ist und ich habe das Gefühl, dass so wirklich nochmal alle, 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 die noch leben aus allen Friendships nochmal auftauchen, aus allen Filmen. Und da würde natürlich auch Brian dazugehören. Aber ich bin mir auch nicht sicher, nachdem ja dieser wirklich sehr emotionale Moment in Teil 7 da war und was ich wirklich für einen würdigen Abschied für Paul Walker fand und auch, dass er die Rolle dann so entlasten wollte. Das ist so quasi, der ist jetzt Familienmensch, der will halt hier diese Scheiße nicht mehr machen. Ich glaube, ich fände es auch komisch, wenn er wieder auftaucht. Das sorgt ja auch für diverse Probleme, weil wer erklärt dann Brian, wenn er jetzt wirklich mehr Screentime als 30 Sekunden hat? Ach, übrigens ist das Deckard Shaw, das ist der, den wir in Teil 7 ja wirklich, der wollte uns ja ans Leder. Der ist jetzt auch bei uns, der ist jetzt auch im Team. Welcome to the family. Ja, und dann betteln sich irgendwie John Cena und Paul Walker, wer jetzt hier wirklich der echte Bro ist. Ja. Ja. Ich hoffe nicht, dass sie es machen. Ich kann es mir mal echt vorstellen, dass sie es machen. Was ja auch noch eine interessante Frage ist, Louis Leterrier wird ja auch den elften Teil inszenieren. Es war ja ursprünglich angedacht, dass Teil 10 und 11 back to back gedreht werden. Das haben sie jetzt, glaube ich, doch nicht gemacht. Und Teil 11 soll ja wirklich das Ende sein. Und, seien wir ehrlich, wer glaubt das denn mit? Ich wollte gerade sagen, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Wenn diese beiden Filme jetzt erfolgreich sind, dann wird es da auch noch einen 13. Film geben, einen 12. Film geben. Also es ist seit ein paar Jahren immer wieder gemunkelt, dass ein Spin-Off in Arbeit ist. Zum Beispiel eins mit Nur Frauen ganz vorn am Cockpit mit Michelle Rodriguez und Jalice Ferron wurde als Lead. Das heißt, einer von den beiden wird entweder gut oder böse. Ob das aber wirklich so kommt, mal schauen. Und natürlich Teil 7, Teil 9 war nicht so erfolgreich, aber halt eben das große Corona-Ding darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn jetzt Teil 10 kommt und ich schätze, weil es auch Teil 10 wieder sehr erfolgreich sein wird, dann glaube ich, ist Teil 11 nicht das Ende. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil das ist das System Hollywood und das System Hollywood sagt, wenn es erfolgreich ist, dann wird es weiter gemolken. Irgendwann gibt es einen Endpunkt, klar, aber das heißt nicht, dass es dann auch wirklich das Ende ist. Es gibt ein Ende und es gibt ein Ende. Ja, ich glaube das auch. Das hat man ja schon und das ist ja nun der gleiche Verleihe mit Universal oder das gleiche, mit Universal ist auch schön, mit Universal, Jurassic World, Dominion, auch alles andere als ein Abschluss der Jurassic Park Reihe. Das war einfach so, dass man sagte, ja okay, das ist jetzt abgeschlossen, aber da gibt es ja diverse Dinge, die man weiterführen kann und ich glaube, das wird bei Fast and Furious genauso sein. Kann sein, dass der eine oder andere im Cast dann aber sagt, nee, da bin ich nicht mehr dabei, da bin ich raus, ich habe keine Lust mehr oder vielleicht hat Ludacris auf einmal wieder Lust, Musik zu machen, wer weiß. Wobei, so ein Crossover, Jurassic World und Fast and Furious würde ich mir glaube ich ansehen, also vor allem nach dieser Malta-Action-Sequenz in Jurassic World 3, warum nicht? Absolut, absolut, also da bin ich komplett dabei, also da bin ich an Bord, wie man so sagt, da sitze ich mich in den Fahrersitz und da schalte ich auch in den 28. Gang, wie es bei Fast and Furious so übrlich ist. Ganz ehrlich, jetzt stelle ich mir nur vor, wie wenn die in den Wagen einstecken und neben ihm ist so ein Stegosaurus, Bro. Welcome to the family. Ich bin ein Brotosaurus. Das war eine Vollbremsung für diesen Podcast, oder? Ja, gern geschehen. Sollen wir hier mal Schluss machen an dieser Stelle und uns einfach, also man hat es glaube ich gemerkt, wir sind halt keine Fans der Reihe, aber wir mögen die Reihe und deswegen, was man mag, kann einen mal kalt lassen, das kann einen mal begeistern, aber wir werden ganz sicherlich nicht da aus dem Saal nachher sagen und gehen und sagen, das ist nicht mehr mein Fast and Furious, sondern wir werden uns freuen, wenn wir unterhalten werden, das ist das, ich will Gaga-Action, ich will einen halbwegs plausiblen Bösewicht, der eine gute Motivation hat und die scheint ja gegeben zu sein und deswegen, feel free to join in Let's Ride, wie das immer so schön in dieser Reihe heißt und das war, finde ich, eine schöne Runde Angelegenheit, ich hoffe, wir sind dem Franchise an sich in Anführungsstrichen gerecht geworden mit ein bisschen, circa bei zwei Stunden sind wir in der Marke, wir haben jetzt nicht alles auseinander klabustert, wir haben ein bisschen doch gerecapt, was ihr so im Fast Franchise seht und erwarten könnt und ich hoffe, ihr mochtet das. Ich werde jetzt mal nachher den Stichwortgeber wieder machen, aber wenn euch dieser Cast gefallen hat und auch unsere ansässigen Besprechungen, unsere klassischen Filmbesprechungen zu aktuellen Kinostarts oder Streamingstarts, dann tut uns doch den Gefallen, hinterlasst ein Like bei unseren Beiträgen auf Social Media, gebt uns sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify oder den Podcatchern, bei denen das möglich ist. Warum eigentlich noch machst du? Weil wir es verdient haben. Weil wir gut sind. Weil wir eine Familie sind. Ach ja, eine Familie. Ja, warte, und wenn ihr Lust habt, dass wir die gesamte Fast-X-Besprechung alle mit Vin Diesel-Tonus machen, dann schreibt uns auch gerne. Schreibt einfach an info at tele-stammtisch.de oder besucht unsere Homepage www.tele-stammtisch.de oder folgt uns auf Sozialmedia etc. Ich bin fertig, ich habe jetzt alles genug gesagt, mein Tank ist leer und das war das schlechteste Wortspiel des Tages und jetzt lasse ich meinen beiden Mitstreiter innen das Feld. Ladies last sozusagen. Okay, dann danke euch beiden, dass ihr da mitgemacht habt. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich echt Bock auf Teil 10. Ich freue mich jetzt echt auf die Vorstellung, die wir nächste Woche besuchen werden und freue mich auch sehr mit euch diesen Film dann zu besprechen. Es war wirklich eine große Freude und ich hoffe, ihr da draußen hattet auch so viel Spaß wie ich und ja, bis demnächst. Ja, von mir erstmal danke Timau für die tolle Moderation und wie du uns durch diesen Cast geführt hast. Ich hatte sehr viel Spaß da war. Habe jetzt auch Bock irgendwie nochmal so, bevor ich jetzt ins Kino gehe, ein paar Teile nochmal anzuschauen. Ich freue mich auch wahnsinnig auf den Film. Ich bin echt gespannt, was mich erwartet und wie Jason Momoa sein wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ja, zwei Stunden sind lange, aber wir haben es verdient und wenn ihr Lust habt, hört uns dann wieder zur Besprechung von FastX. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus